Gut, jetzt solltest du meinen Bildschirm sehen. Ja, nochmal ein herzliches Willkommen zu diesem Vortrag über die BRIC-Staaten und speziell über Südafrika. Ich möchte dir heute zum ersten Mal unsere neue Immobilientour und auch das Seminar vor Ort in Kapstadt vorstellen, auf das ich mich wirklich riesig freue und zwar vom 2. bis zum 4. März 2025. Ich werde mich gleich nochmal kurz selbst vorstellen, natürlich auch was in dem Seminar inkludiert ist und warum du mit dabei sein solltest, warum du dir Südafrika mal anschauen solltest. Vielleicht warst du ja schon mal dort. Ich werde hier natürlich auch verschiedenste Bilder und Eindrücke teilen, persönliche Eindrücke, warum ich eben Südafrika hoch spannend finde und warum ich halt eben auch selbst dort überlege, aktuell zu investieren. Ich hatte das schon seit einiger Zeit geplant, vor Ort in Südafrika für die Community, eine Immobilientour bzw. eine Investorenreise mit Seminar anzubieten, weil ich halt persönlich jedes Jahr nach Südafrika gehe, außer jetzt in Corona. Da war es halt nicht möglich für uns. Da waren wir in Costa Rica, haben ja in Costa Rica gelebt und ja, seitdem Corona vorbei ist, sind wir halt wieder ständig, sag ich mal, über die Wintermonate, also die europäischen Wintermonate in Kapstadt, weil es halt einfach so schön ist. Ich habe halt hier meine Lifestyle-Flagge gesetzt. Ich werde das auch erklären, warum. Und ja, ich bin wirklich happy, dir das heute vorstellen zu dürfen und ich hoffe natürlich auch, dich persönlich dann in Kapstadt begrüßen zu dürfen, vom 2. bis zum 4. März 2025. Genau, aber, lass uns doch direkt rein starten. Also, für alle Leute, die mich vielleicht noch nicht kennen, mein Name ist Sergio von Fakien. Ich bin dein Experte für internationale Vermögenssicherung, zum Thema Auswandern, legal Steuern sparen sowie Internationalisierung. Also, ich helfe wirklich seit 2016 mit Goodbye Matrix meinen Klienten, ganz legal steuerfrei zu leben oder steueroptimiert, auch eben ihr Vermögen zu schützen, eben gerade auch in dem Bereich Inflationsschutz und so weiter und so fort, alternative Sachwertinvestments, ja, jetzt halt eben auch solche Themen wie Immobilien, da haben wir auch weltweit mittlerweile ein Netzwerk aus verschiedenen Immobilien-Experten aufgebaut, egal jetzt in welchen Jurisdiktionen, aber sehr, sehr viele mittlerweile, die halt eben auch hochspannend sind. Und jetzt wollen wir halt uns auch die kommenden Monate und Jahre natürlich ein bisschen mehr auf Kapstadt und Südafrika fokussieren, denn ich sehe da wirklich große Chancen. Das werde ich halt eben heute auch nochmal alles erklären. Ich bin selbst seit 2014 bereits aus Deutschland ausgewandert, abgemeldet, zahle dort auch ganz legal keine Steuern mehr. Wie gesagt, ich lebe das, was ich erzähle und lerne das, oder das, was ich dann lerne, gebe ich dann natürlich auch weiter meine Klienten logischerweise, ja. Und seit 2014 reise ich halt permanent um die Welt, ja, und schaue mir einfach die verschiedensten Länder an, welche gut sind zum Leben, zum Geschäfte machen, für die legale Steueroptimierung und auch eben für Investments. Und seit 2016, seitdem wir Goodbye Matrix gegründet haben, wie gesagt, haben wir eine vierstellige Anzahl bereits an Klienten geholfen, legal auszuwandern, sich legal international zu schützen, ihr Vermögen diversifiziert aufzustellen und auch auszuwandern, genau. Ja, schauen wir als erstes mal rein, Südafrika, ein dynamischer Überblick über Kultur, Wirtschaft und Chancen. Worum geht es hier heute in dem Vortrag? Wir möchten, ich möchte dir natürlich generell mal Südafrika vorstellen, ja, also, dass du einfach mal generell Südafrika verstehst. Wie gesagt, vielleicht warst du schon mal dort, vielleicht noch nicht, vielleicht hast du Vorurteile gegenüber dem Land, kann ich auch alles verstehen. Nichts, alles ist perfekt in Südafrika, aber es ist auf jeden Fall ein spannendes BRICS-Land, welches man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte. Und ja, vielleicht bist du offen und schaust dir das vor Ort persönlich mit uns an. Das ist natürlich eine super coole Idee, aber das wird als erstes, werden wir uns jetzt erstmal halt Südafrika an sich anschauen, eine kurze Einführung. Und dann meine persönlichen Einblicke auch, die ich persönlich sehe, also Vor- und Nachteile eben, wenn du in Kapstadt mal leben möchtest oder dort, so wie ich, auch eine Lifestyle-Flagge aufbauen möchtest. Ich kann mir halt eben vorstellen, für den Ruhestand in Zukunft, dort halt eine Basis zu haben und länger zu bleiben. Aktuell bin ich ja eher Perpetual Traveller und habe zwei, drei Basen, sag ich mal, auf der Welt verteilt. Und ich wechsle halt immer zwischenzeitlich, diese Länder können sich natürlich auch wechseln, aber aktuell bin ich halt sehr stark auch in Kapstadt unterwegs. Einmal im Jahr in der Regel über die Wintermonate, also die europäischen Wintermonate und über Winter dort. Ja, man sagt auch, die Deutschen, die dort hinkommen, sind Schwalben. Und das mache ich genauso, weil man bis zu sechs Monate mit dem Touristenvesum auch da bleiben kann. Das ist halt echt eine coole Lifestyle-Destination. Wirst du da gleich auch alles eben sehen und werde ich dir erklären, warum ich das so sehe und was hier die Vor- und Nachteile sind. Dann schauen wir uns natürlich auch an, wie du eine legale Aufenthaltsgenehmigung in Südafrika erhalten kannst. Und auch eins der, ist noch eins der wenigen Länder, wo du eine permanente Aufenthaltsgenehmigung dir sichern kannst und dann, also die wirklich lebenslang gültig ist und du hast ganz, ganz wenige Bedingungen, die daran geknüpft sind, wie oft du nach Südafrika einreisen musst, damit du nicht mehr verlierst. Schauen wir uns gleich an. Und dann natürlich auch potenziell hier auf eine neue, zweite Staatsbürgerschaft, eine doppelte Staatsbürgerschaft hinarbeiten kannst. Jetzt, wo Deutschland das hier auch zum Beispiel erlaubt hat. Die Schweizer dürften ja auch eine weitere Staatsbürgerschaft annehmen, ohne dass sie die Schweizerische verlieren. Bei den Deutschen ist es mittlerweile auch möglich, nur bei den Österreichern geht das halt aktuell so noch nicht. Die brauchen halt noch einen Beibehaltungsantrag, der relativ schwierig ist. Ja, dann schauen wir uns eben klar an, warum kann denn eigentlich eine Immobilieninvestition in Südafrika interessant sein? Darum geht es ja auch, wenn du dann zu unserer Investorenreise mit nach Südafrika kommst im März 2025. Und dann natürlich, warum solltest du an unserer Südafrika-Immobilientour dann eben noch teilnehmen und an unserem Seminar, da werde ich natürlich einen Vortrag halten zum Thema Flangentheorie, legal steuerfrei leben. Wie habe ich eben auch Südafrika in meiner eigenen Flangentheorie eingebaut? Worauf muss man achten? Wie funktioniert das genau? Und dann halt eben auch, wir sind für stärkter Fokus auf die BRICS-Staaten logischerweise und natürlich auch legal Steuern sparen und das eigene Vermögen in Sicherheit bringen. Aber dann haben wir noch weitere Experten. Wir haben unseren Immobilienexperten, der auch deutschsprachig ist, der Jörg, der ist bei der Tour mit dabei. Der wird dir halt quasi erklären, was sind die besten Stadtteile in Kapstadt und wo sollte man investieren? Was sind die Fallstricke und so weiter und so fort? Und der Dirk ist auch dabei eben für diesen Bereich legale Aufenthaltsgenehmigung. Den Dirk kennt vielleicht schon der ein oder andere bei uns. Ja und dann natürlich auch noch meine persönlichen Highlights vom Land und ich berge jetzt wie gesagt so viele Jahre dort, eigentlich fast jedes Jahr seit 2015. Nur Corona hat es da mal einen Stopp gegeben, weil ich halt eben in Costa Rica mit meiner Family gelebt habe und ja nicht nach Südafrika gegangen bin in der Zeit. Aber nachdem Corona wieder vorbei war, bin ich dann auch ständig wieder nach Kapstadt gereist und werde gezählt natürlich auch wieder in 2024 nach Kapstadt reisen zum Ende des Jahres und dann eben im März vor Ort hoffentlich dich und deine Familie vielleicht auch treffen. Ja, einmal kurz von mir hier persönlich gesagt, ja, was verbindet mich denn eigentlich jetzt nochmal in Südafrika? Also Südafrika ist ein Land von erstaunlicher Vielfalt, das von pulsierenden Städten bis hin zu atemberaubenden Landschaften alles bietet. Ja und für mich und für meine Familie ist es eben zu einer besonderen Flagge geworden. in meiner eigenen Flaggentheorie Strategie und da wir es halt eben seit mehreren Jahren während des europäischen Winders selber besuchen und uns wirklich sehr wohlfühlen dort. Und jedes Mal entdecken wir wirklich was Neues, ja, von der reichen Kulturgeschichte bis hin zu unglaublichen Tierwelt. Wir haben dort verschiedene Roadtrips schon gemacht in Südafrika, wirklich tausende, wirklich tausende Kilometer. Vielleicht, wer sich mit Südafrika noch nicht beschäftigt hat, wenn du vom Kapstadt runterfahren, hochfahren willst, ja, die gesamte Ostküste hoch, bis zum Krüger Nationalpark, dann bist du auf der schnellsten Route glaube ich 2000 Kilometer unterwegs. Also das Land ist riesig. Wenn du aber an der Küste entlang fährst, kannst du mal ganz easy 4000, 5000 Kilometer fahren. Habe ich schon zweimal gemacht, ja. Und mega ein Abenteuer, das Land, wirklich große Vielfalt, macht richtig viel Spaß. Und ja, ich wollte es halt immer auch mal meiner Community näher bringen, weil ich halt echt gerne da bin. Und es gibt ja auch sehr viele Deutsche, die, sag ich mal, über den europäischen Winter unten sich in der Kappregion aufhalten, dort überwintern. Das sind die sogenannten Schwalben und so einer bin ich halt auch, ja. Gut. Also, Südafrika bringt ein immenses Potenzial als zukünftiger, oder künftiger Hotspot für Wirtschaftswachstum und Lifestyle-Möglichkeiten, meiner Meinung nach. Mit seinem Reichtum an natürlichen Ressourcen. Hier ist vor allem mal Gold zu nehmen, Rhodium, Platin und Palladium, also die Platin-Gruppen. Da produziert Südafrika mit am meisten von, weltweit betrachtet, ja. Und Russland ist ja dann auch noch so ein Land, was von den Platin-Gruppen-Elementen ordentlich was produziert. Und wenn man sich jetzt die BRICS-Staaten anschaut, dass die quasi einen Großteil dieses Vorkommens schon in sich haben und eben halt Südafrika so einen natürlichen Reichtum an diesen Metallen hat, ist es meiner Meinung nach relativ positiv zu betrachten, denn für die industrielle Anwendungen, gerade in der Automobilindustrie und so weiter und so fort, werden natürlich auch diese Platin-Gruppen-Elemente durchaus, ja, gebraucht. und, sag ich mal, die aktuelle Sanktionen gegenüber Russland und so weiter und so fort macht, ist es natürlich nicht einfacher, an diese Elemente zu kommen, ja. Und das ist natürlich erstmal für die Zukunft, denke ich, sehr, sehr gut, wenn ein Land viele strategische Metalle selber schon mal hat und jetzt, wo halt eben auch dieser Trend da ist, wo die BRICS-Staaten und sich auch Entwicklungsländer mehr und mehr von dem Westen abkoppeln wollen, gerade von den USA, von dem US-Dollar, ist es vielleicht hochinteressant, sich auch stark auf solche Länder zu fokussieren, die ein hohes Rohstoffreichtum selber schon besitzen und dadurch halt in Zukunft in den nächsten 10, 20 Jahren vielleicht strategisch gesehen sehr, sehr wichtige Länder werden und vielleicht auch dadurch ein großes Wirtschaftswachstum nochmal sehen werden, ja. Dann natürlich Südafrika hat eine strategische Position im Welthandel deswegen, ja, durch diesen Rohstoffreichtum und, ja, seiner wachsenden Rolle natürlich auch innerhalb der BRICS-Allianz, ja, da gehen wir gleich nochmal ein bisschen drauf ein, ja, ist halt eben einfach ein wichtiger Akteur so gesehen auf der Weltbühne meiner Meinung nach. Dann, in Südafrika hast du sehr, sehr niedrige Lebenshaltungskosten in Verbindung mit einer posierenden Kultur und wunderschönen Landschaften, also gerade eben in der Kapstadtregion untenrum und das bietet halt eben wirklich eine einzigartige Lebensqualität, die Zeit ist gleich auch nochmal, ja, du kannst da Golf spielen, du hast die geilsten Golfplätze, die geilsten Weingüter und so weiter und so fort und, ähm, wenn du das quasi, was du da an Lebensqualität letztendlich bekommst, das rein mit Europa teilweise vergleichen willst, dann merkt man, wenn man mal längere Zeit da war, hey, für das, was ich hier bezahle, was ich geboten bekomme, das kann ich so, diesen Lifestyle könnte ich in Europa zum Beispiel gar nicht aufrechterhalten, ja, oder sehr, sehr schwierig. Ja, dann, denn das Land hat weiterhin in Infrastruktur und Innovation investiert, schauen wir uns gleich nochmal ein paar Punkte dazu an und so positioniert sich Südafrika als ideales Reiseziel für alle, die sich in einem rasch entwickelnden Umfeld nach Möglichkeiten und Abenteuern suchen. Obwohl Südafrika heute mit einigen Herausforderungen komfortiert ist, gehen wir natürlich gleich auch noch drauf ein, blicke ich generell optimistisch auf die Zukunft, Südafrika hat die am wichtigsten entwickelte und diversifizierteste, technologisch fortgeschrittenste und industriell integrierte Wirtschaft auf dem gesamten afrikanischen Kontinent. Ja, hier siehst du, das ist auch nochmal kurz, also das sind die afrikanischen Länder mit den höchsten Bruttoinlandprodukt-BIP im Jahr 2024, Südafrika ist hier auf Platz 1, danach kommt dann Ägypten. Aber Ägypten, ich war jetzt auch schon ein paar Mal dort, finde ich jetzt nicht so spannend, Kairo klar, da kann man auch so ein Citizenship bei Investment machen, ist sicherlich auch vielleicht Plan D, Plan E, sowas irgendwie, kann halt schon interessant sein durchaus, aber wenn ich darüber nachdenke, in Afrika zu investieren, da gibt es eigentlich sehr, sehr wenige Länder, es gibt auch noch so Länder wie Ruanda und andere, ja, aber Südafrika als größte Wirtschaft auf dem afrikanischen Kontinent ist da vielleicht erstmal dann am Anfang auch am einleuchtesten. Ja, 10 Gründe schauen wir uns jetzt einfach mal an, warum Südafrika ein attraktives Investitionsziel sein kann. Also wie gesagt, man hat hier eine hochwertige Infrastruktur im Land und effiziente Logistik. Dank etablierter und kontinuierlicher Investitionen in die Infrastruktur ist Südafrika ein wichtiges globales Drehkreuz und ein attraktives Tor zum Rest des Kontinents. Wenn du schon mal in Südafrika warst und gerade unten in der Kapstadtregion, dann wirst du sehen, ah, das sind relativ gute Straßen und so weiter und so fort. Das funktioniert alles, wie gesagt, gibt ein paar Probleme, gerade auch beim Strom und so weiter und so fort. Gehen wir gleich auch noch drauf ein. Ist ja nicht alles Gold, was glänzt. Ich möchte hier natürlich auch versuchen, einen holistischen Ansatz zu fahren und dir natürlich alle Vor- und Nachteile zu zeigen. Aber generell ist die Infrastruktur im Vergleich zu anderen afrikanischen Ländern sehr gut dort ausgebaut. Dann größte Präsenz von multinationalen Unternehmen in Afrika. Das wissen vielleicht auch nicht alle. Also Südafrika ist das bevorzugte Investitionsziel für eine beträchtliche Anzahl von Unternehmen aus aller Welt, die die Vorteile einer Geschäftstätigkeit in diesem Land genießen. Mehr als 180 Fortune Global 500 Unternehmen sind in Afrika vertreten. Ja, dann ist auch eine Drehschreibe der Produktion. Es wird sehr, sehr viel dort produziert. Südafrika verfügt über eine gut entwickelte, diversifizierte Produktionsbasis, die ihr Potenzial für den globalen Wettbewerb unter Beweis gestellt hat und einer Reihe von Konsumgüterherstellern als Produktionszentrum für die Belieferung des restlichen Kontinents dient. Ja, also das heißt, große Unternehmen, siehst du jetzt hier auch zum Beispiel, die sind bereits etabliert dort. da sind halt auch so Unternehmen, die man aus Deutschland kennt, wie BMW dabei. Ja, VW, Mercedes, ja, das sind jetzt Automobilhersteller, dann siehst du hier bei Ressourcen, ExxonMobil, Rio Tinto, Shell, Total, BP, dann Nestle, P&G, Projektor & Gamble, wie sie heißen, BASF, ja, im Bereich Chemikalien haben sie einen sehr, sehr großen Wirtschaftszweig, Alphabet ist der, T-Systems, Microsoft, IBM, Samsung, Sony, Bosch, Siemens, ja, Allianz, AXA, Citi, HSBC, JP Morgan, Walmart und so weiter und so fort, und du siehst hier unten, FDI-Inflows, also Foreign Direct Investments, 2018 versus 2017 versus 2018, Walmart 2018 ist sehr stark gestiegen, klar ist natürlich jetzt ein kleiner Auszug, muss man sich natürlich generell verschiedene Kennzahlen nochmal anschauen, aber generell ist auf jeden Fall mal ausländisches Kapital, was dort ins Land einfließt und große multinationale Konzerne haben das natürlich erkannt und wenn die sich in Afrika, sag ich mir, in den Markt bedienen wollen, dann schauen die sich natürlich Südafrika an, als die größte und weitentwickelte Wirtschaft dort logischerweise, ja. Gut, schauen wir weiter, lukrativer, aufstrebender Markt, die wachsende Mittelschicht in Südafrikas und die wohlhabendste Verbraucherbasis in Afrika bietet attraktive Investitionsrenditen, ja, das ist natürlich sehr wichtig, wenn ich, sag ich mal, jetzt in Immobilien zum Beispiel auch investiere, in, sag ich mal, in richtigen Stadtteilen, schauen wir uns gleich auch noch kurz an, dann ist natürlich klar, dass ich eine wachsende Mittelschicht brauche oder haben möchte, ja, und auch vielleicht eine Oberschicht, die dann auch wieder Schritt für Schritt zurückkommt, dass ich halt dementsprechend hier auch Mieter zum Beispiel auch reinbekomme, ja. Und natürlich ist auch der Tourismus wichtig, wenn ich Airbnb betreiben möchte, schauen wir uns gleich auch noch an. Also günstiger Marktzugang zu den globalen Märkten, die afrikanische kontinentale Freihandelszone wird den innerafrikanischen Handel ankurbeln und seinen Markt mit über eine Milliarde Menschen und einem gemeinsamen BIP von über 2 Billionen US-Dollar schaffen. Südafrika hat mehrere Handelsabkommen abgeschlossen, die eine Exportplattform für die globalen Märkte bietet, also Südafrika wirklich explodiert sehr viel. Innovation und Technologiezentrum laut Global Innovation Index ist Südafrika die Nummer 1 in Sachen Innovation in Afrika, der Schutz der Rechte am geistigen Eigentum in Afrika wird als der Zweitbeste in Afrika angesehen. Südafrika entwickelt sich außerdem schnell zu einem Technologiezentrum in Afrika und verfügt über ein wachsendes Ökosystem im Technologiesektor, das von technischem Fachwissen bis hin zur finanziellen Unterstützung von Unternehmen reicht. Reichhaltige natürliche Ressourcen haben wir gerade schon gesagt, Südafrika ist reichlich mit Edelmetallen ausgestattet. Es ist der weltweit führende Produzent von Platin-Gruppenmetallen, der sechsgrößte Produzent von Gold verfügt über ein weltweit anerkanntes Know-how im Untertagebau und mehr als 100 Börsennotierte Bergbauunternehmen, die im Land tätig sind. Afrikas führende Finanzdrehscheibe, ja, Südafrika verfügt über einen hohen entwickelten Bankensektor, der in Afrika eine wichtige Rolle spielt. Mit der Johannesburger Börse, die nach Marktkapitalisierung die größte Börse des Kontinents ist, ist Südafrika auch ein Finanzzentrum in Afrika. Junge, gut ausgebildete Arbeitskräfte, Südafrika verfügt über eine Reihe von Weltklasse, Universitäten und technischen Hochschulen, die qualifizierte, talentierte und fähige Arbeitskräfte hervorbringen. Das Land verfügt über ein breit gefächertes Qualifikationsangebot, ein großes Reservoir an ausbildungsfähigen Arbeitskräften und staatliche Unterstützung für Ausbildung und Qualifikationsentwicklung. Also, es ist natürlich auch so, dass einige Leute abwandern natürlich von den jungen Menschen, aber die kommen dann teilweise auch wieder zurück nach ein paar Jahren, wenn sie Geld verdient haben, weil sie auch merken, hey, dann vielleicht in Europa ist dann doch nicht so schön und ich habe vielleicht ein besseres Leben in Südafrika, in Kapstadt. Aber da gehen wir gleich noch drauf ein. Dann der letzte Grund, ausgezeichnete Lebensqualität. Südafrika ist für seine Lebensqualität bekannt und bietet sowohl hochwertige Stadterlebnisse als auch ruhige und atemberaubende Landschaften. Ich habe dir jetzt hier rechts nochmal so eine Grafik mitgebracht, ja, auf Englisch, most sophisticated financial service sector in Afrika, largest installed electricity generation capacity in Afrika, largest coal terminal in Afrika, Richard Bay, shipping network, third most connected shipping network in Afrika, third best overall infrastructure in Afrika, largest port, port of Durban in Afrika, top three international airports in Afrika, Johannesburg, Cape Town, Durban, most efficient air transport service in Afrika. Also, das sind einfach nochmal so ein paar Sachen. Also, Südafrika hat schon eine sehr, sehr große und gute Infrastruktur mittlerweile ausgebaut und das merkt man halt eben gerade dann, wenn man unten in Kapstadt ist, weil da halt meiner Meinung nach die Infrastruktur am besten ist, auch von ganz Südafrika betrachtet und es da auch mit am sichersten ist. Und ja, nur, dass du einfach mal einen Überblick bekommst, ja, also quasi, wenn man sich den gesamten Kontinent Afrika anschaut, dann ist halt einfach Südafrika die bestentwickelste oder unter anderem die bestentwickelste Wirtschaft dort und sollte man sich auf jeden Fall unbedingt anschauen. Gut, dann, hier siehst du mal die Karte von Südafrika, das Land und da gibt es halt verschiedenste, ja, sag ich mal, Regionen, ja. Und klar, Gauteng, vielleicht schon mal gehört, das ist quasi Johannesburg und Pretoria, das ist quasi die Region, was das Finanzzentrum, könnte man so sagen, ist von Südafrika und Pretoria. Und diese Region Gauteng hat halt eben 34% vom Bruttoinlandsprodukt oder trägt dazu bei. Ja, das ist so gesehen mit die wichtigste Region von ganz Südafrika. Und dann hast du quasi nur Natal, da ist dieser Hafen in Durban, den wir gerade angesprochen hatten und deswegen ist das quasi auf Platz 2 mit 16%, ja, von der Wirtschaftsleistung Südafrikas, trägt dazu bei. Und dann kommt schon Western Cape, also das West Cup. Und das ist die wichtigste Region mit einem Beitrag von 14% zum BIP von Südafrika. Also du siehst, mit 16%, das tut sich jetzt nicht mehr viel. Und wir sehen jetzt hier auch, das möchte ich hier ansprechen, warum ich denke, was halt jetzt in den kommenden Jahren ganz spannend ist. Es kann sein, dass sich so das West Cup als aufsteigender Star in den kommenden Jahren quasi ergeben wird, weil du hast eine sehr, sehr starke Simigration im Land. Also was bedeutet Simi-Immigration? Das ist halt eben der Umzug von einem Ort innerhalb des Heimatlandes zu einem anderen Ort. Also zum Beispiel, du lebst jetzt gerade in Johannesburg angenommen oder du lebst in Berlin in Deutschland und ziehst dann um nach München. Und wenn jetzt einer in Johannesburg lebt und der kann Homeoffice machen und so weiter und so fort oder die Lebensqualität ist hier nicht mehr so gut, die Infrastruktur ist vielleicht, sage ich mal, kritischer zu betrachten im Vergleich zum West Cup, dann ziehe ich jetzt lieber runter nach Kapstadt und habe da einfach ein besseres Leben. Und das ist halt einfach das, was man die letzten Jahre stark beobachtet hat, dass da ein gewisser Trend da ist, dass viele Südafrikaner oder eben die reiche Oberschicht teilweise aus Gauteng abwandert, eben runter nach dem West Cup. Und das ist natürlich relativ gut, wenn man da unten Immobilien hat, weil man natürlich dementsprechend, dass man eine kaufkräftige Schicht runterkommt und ja, letztendlich dort potenziell dann auch Wertsteigerung und Immobilien sehen könnte in Zukunft. Dann, hatte ich gerade angesprochen, junge Südafrikaner, viele von denen, die gut ausgebildet sind, verlassen das Land erstmal. Aber es ist mir dann auch ein Trend zu beobachten, kann man alles nachlesen natürlich, dass südafrikanische Auswanderteile zurückkommen, ja. Weil sie halt einfach merken, da war zum Beispiel jetzt so, habe ich einen Artikel gelesen, wo ich das rausgefunden habe, die Faktoren, warum sie wieder zurückkommen, ist halt einfach, weil sie sagen, wir haben einen besseren Lebensstandard in Südafrika oder beziehungsweise in Kapstadt zum Beispiel, ja. Und haben auch eben aktuell günstige Wechselkurse. Das heißt zum Beispiel, wenn jetzt ein Südafrikaner nach London gegangen ist, der hat das britische Fund die ganze Zeit verdient oder ist in den Niederlanden gegangen und hat Euro verdient, was weiß ich. Und jetzt sieht man, oh, der Rand hat relativ stark abgewertet. Ich kann wieder zurückkommen, dann kann ich mir ein schönes Haus kaufen vielleicht, ja. Weil die Preise für die Häuser sind auch noch relativ gering, ja. Werden wir gleich auch noch sehen. Oder auch für Apartments. Und eben das Leben dort ist halt relativ günstig, ja. Also ich meine, ich kann halt eben Steak essen gehen im super Restaurant, ja. In Zahl vielleicht 20 bis 30 Euro pro Person maximal. Da habe ich einmal einen Wein dabei und alles ist super, ja. Also da reden wir wirklich von sehr, sehr guten Luxusrestaurants. Und deswegen kommen natürlich auch viele dann wieder auf den Ruhestand oder merken einfach, hey, diese ganzen Probleme, die es in Europa auch aktuell gibt mit der Migrationskrise dort und so weiter und so fort. Ich fühle mich hier nicht mehr so wohl, ich gebe wieder zurück in meine Heimat, ja. Also das sind natürlich zwei Aspekte, die relativ positiv zu betrachten sind, eben gerade auch für das Westcup. Und wenn man da halt eben investieren möchte in Zukunft, vielleicht ein Apartment kaufen möchte. Ja, dann schauen wir ein bisschen kurz auf die BRICS-Allianz nochmal, ja. Und im Vergleich auf die G7-Länder. Wie, wenn man die jetzt vergleicht gegenüber das, mit dem Bruttoinlandsprodukt, ja. Von 2000 bis 2024, dann siehst du quasi, dass die BRICS-Staaten permanent aufstrebend sind die letzten Jahre seit 2000 und die G7-Staaten, ja, wirklich wie so eine Art Verfall unterliegen und an Wirtschaftsleistung verlieren Schritt für Schritt. Das ist ein genereller Trend. Haben wir schon häufiger angesprochen, ja. Ich denke nicht, dass es von heute auf morgen halt extrem viel schlimmer wird, dass der Westen sofort untergehen wird, weil der Dollar nicht mehr als Leitwährung genutzt wird, ja. Aber es ist ein Trend dort. Man sieht halt, dass mehr und mehr Entwicklungsländer, eben auch die BRICS-Staaten versuchen unabhängig zu werden vom Westen, von dem Dollar auch und versuchen, in eigenen Währungen zu zahlen, ja. Das ist einfach ein Trend, der da ist, weil natürlich auch die USA, sag ich mal, ihre Macht in den letzten Jahren sehr stark selbst ausgenutzt hat, meiner Meinung nach. Und jetzt natürlich versuchen, also quasi die Währung als Kriegsinstrumente teilweise auch genutzt haben, ja. Durch die Sanktionen und so weiter und so fort. Und das sagen halt mehr und mehr Länder, hey, das wollen wir nicht. Und man sieht hier so in 2018 rum, ja, gab es quasi zum ersten Mal den Wendepunkt, ja. Da seitdem ist die Wirtschaftsleistung der BRICS-Staaten größer gewesen als die der G7-Länder. Und seitdem geht dieser Fächer auch immer weiter auseinander, ja. Also du siehst, dass hier zum Beispiel die BRICS-Staaten schon knapp 35% der Wirtschaftsleistung ausmachen und im Vergleich zu den G7-Ländern nur noch 30%. Also das ist schon mal ein genereller großer Trend, der da ist. Das heißt, wenn ich mich jetzt heute in einem BRICS-Staat positionieren kann und ich habe einen langen Anlagehorizont und ich nutze es als Diversifikation, also nicht All-In, sag ich mal, kann das durchaus lohnenswert sein, wenn man halt so einen Horizont hat, 15, 20 Jahre. Ja, also warum könnte es in den kommenden Jahren vom Vorteil sein, eben ein BRICS-Land zu diversifizieren? Schauen wir uns das einmal kurz an. Also du hast es schon gehört, die BRICS-Allianz besteht ja aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Ja, wir fokussieren uns natürlich heute stark auf Südafrika und jetzt habe ich da einen Plus noch hinter gemacht, weil ja natürlich jetzt noch mehr Länder Schritt für Schritt hinzukommen wollen und eben auch der BRICS-Allianz beitreten wollen. Und wenn BRICS-Plus quasi, also wenn diese ganzen Länder, die aktuellen Länder plus, die neuen Staaten hinzukommen wollen, wenn das geschehen sollte, dann würde halt quasi das BIP schon bei 37% des weltweiten BIPs ausmachen, ja, bei dieser BRICS-Plus-Allianz. Die Bevölkerung der BRICS-Plus-Länder wird 46% der Weltbevölkerung ausmachen. Die BRICS-Plus-Gruppe würde 44,35% der weltweiten Ölreserven besitzen, wenn, angemerkt, ja, wohl angemerkt, wenn Argentinien, Ägypten, Iran, Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und Äthiopien beitreten würden. So, jetzt kann man selbst sagen, okay, wie groß die Wahrscheinlichkeit, dass das passieren wird, kann man jetzt schlecht sagen, aber viele Länder sind ja schon in Gesprächen, teilweise sind sie schon beigetreten und es ist auf jeden Fall interessant, auch heute schon besitzen sie natürlich einen großen Anteil von diesen Ölreserven. Die BRICS-Länder bedecken jetzt 48,5 Millionen Quadratkilometer oder 36% der Landfläche der Erde. Und dann ist auch was ganz Neues, vielleicht hat sich der eine oder andere damit schon mal beschäftigt, es gibt dieses neue BRICS-Pay, was jetzt halt Schritt für Schritt ausgerollt werden soll und da, ja, laut eigenen Zahlen sagen die, gibt es bereits 159 Teilnehmer, also nicht, falsch verstehen, es sind nicht 159 Staaten, sondern generell 159 Teilnehmer, wurde noch nicht genau spezifiziert. Aber das ist hochspannend, dass die BRICS-Staaten quasi so eine Blockchain-basierte Zahlungssystem aufbauen, womit sie quasi komplett unabhängig von dem SWIFT-System agieren können und dadurch kann dann zum Beispiel Brasilien direkt Geld nach Südafrika senden oder Südafrika direkt nach Russland oder nach Indien, ohne dass da irgendwie der Westen beziehungsweise die USA noch irgendeine Kontrolle darüber hat oder Sanktionen verhängen kann. Und ich denke, dafür wurde das halt eben auch entwickelt, dass sie komplett unabhängig werden. Sehr, sehr spannend und wenn das wirklich ausgerollt wird und wirklich genutzt wird, denke ich, wird es halt natürlich in den kommenden Jahren mehr da nochmal zu beitragen, dass der Deutschland natürlich weniger genutzt wird, aber die eigenen Staaten in diesem BRICS-Block natürlich auch stark gefördert werden. Dann ist ja auch immer wieder eine Diskussion, ja, wo gibt es denn, also wie kann man denn quasi die Superreichen oder die Reichen generell mehr besteuern und wo gibt es was zu holen? Das ist ja auch mal so eine wichtige Frage, die man sich stellen muss, in welcher Region der Welt wäre eine Vermögensteuer für Reiche am sinnvollsten? Das heißt, wenn ich mich jetzt irgendwo positionieren möchte in den kommenden Jahren, wo sind Staaten, wo gibt es für die Staaten am meisten zu holen rein, dass halt eben da auch die Wahrscheinlichkeit viel höher ist, dass so eine Art Vermögensteuer kommt und eine Reichensteuer, ja. Man sieht hier zum Beispiel, dass Europa, Nordamerika, Ostasien und Südostasien natürlich extrem davon profitieren würde, ja, also diese Staaten dort, wenn sie quasi so eine Reichen oder Vermögensteuer einführen würde, auch Lateinamerika und Russland und Zentralasien würde davon durchaus profitieren. Wenn man sich jetzt anschaut, Sub-Sahara-Afrika und Middle East, North Africa, also Sub-Sahara-Afrika, wozu dann ja auch letztendlich, ja, Südafrika zählen würde, da gibt es am wenigsten zu holen. Also es ist einfach nur mal strategisch zum Nachdenken, okay, wie hoch wäre jetzt hier die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas gemacht wird in den kommenden Jahren, sehe ich halt erstmal als relativ unwahrscheinlich. Deswegen ist das vielleicht auch eben als Fluchtort potenziell mal interessant. Schauen wir uns jetzt einmal kurz die persönlichen Einblicke von mir an, ja, die Vor- und Nachteile des Lebens in Kapstadt. Hier auf der linken Seite siehst du zum Beispiel ein Haus, was wir mal gemietet haben vor Ort, ja, in Somerset West mit Blick rüber zum Tafelberg. Den sieht man da ganz hinten am Horizont, auch Blick auf die gesamte Bucht, also da sieht man so ein bisschen das Meer. Du siehst, die Häuser, ja, sauber, schön, Infrastruktur ist sehr, sehr schön dort, ist eine gated-Community, ist super sicher. Das heißt, es ist quasi umzäunt, würde man so sagen, es ist halt eine gated-Community, so wie man es auch vielleicht aus anderen Ländern kennt, mit eigenem Security-Personal, was dann halt auch da Patrouille fährt teilweise oder einfach auch am Eingang sitzt, ja. Das heißt, es kommt nicht jeder rein, man muss auch quasi, wenn wir jetzt Freunde zum Beispiel einladen, und dann müssen die erstmal quasi die Sicherheitskontrolle dort, also müssen wir quasi anrufen und sagen, ja, sind unsere Freunde da, bitte reinlassen. Und, ja, du siehst, das ist schon mal sehr schön und auf der rechten Seite siehst du zum Beispiel das Weingut, ja, wo ich sehr gerne in Konstantia auch bin, oder in Konstantia. Das ist ein Stadtteil in Kapstadt, wirklich ein sehr, sehr schöner Stadtteil, wo auch mehr die Oberschicht lebt, wo es auch viele Weingüter gibt. Und das ist Biotim-Verwachting, wirklich ein sehr, sehr schönes Weingut, auch so, soweit ich weiß, von Deutschen. Also ich kenne auf jeden Fall den Sohn, das Inhaber habe ich mal getroffen, und der spricht Deutsch, also ich gehe mal davon aus, dass wir Deutsche sind, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, nicht, dass ich etwas Falsches sage. Aber Traum auf schönes Weingut, wenn du mal da bist, unbedingt besuchen, Biotim-Verwachting oder Biotim-Verwachting, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Sehr, sehr schön. Ja, die Vorteile des Lebens in Kapstadt, warum es meine Lifestyle-Flagge wurde. Sehr wichtig, jetzt zu verstehen, ist eine Lifestyle-Flagge für mich. Es gibt einen Steuerwohnsitz-Flagge vielleicht, es gibt eine Wohnsitz-Flagge, es gibt eine Lifestyle-Flagge, ja, und so weiter, und zwar eine Banken-Flagge, Auslandsunternehmen-Flagge. Für mich ist Südafrika, Kapstadt, aktuell sehr stark eine Lifestyle-Flagge geworden. Das heißt, ich finde, dort einfach genau das, was ich gerne mag, ja, da kann ich einfach meinen Lifestyle sehr gut ausleben und fühle mich da sehr wohl, ja. Deswegen ist es meine Lifestyle-Flagge geworden. Wie gesagt, das kann sich in Zukunft vielleicht zum Ruhestands-Flagge umändern, ja, oder auch vielleicht mehr, sag ich mal, eine Flagge werden, wo ich länger lebe. Aktuell ist es mir eine Lifestyle-Flagge bis zu sechs Monate im Jahr, dass ich mich dann halt auch teilweise da aufhalte. Was finde ich persönlich jetzt ganz toll an Kapstadt, ist die atemberaubende, natürliche Schönheit von Kapstadt, ja. Das ist wirklich, du hast da atemberaubende Landschaften und klar, es fängt an beim kultigen Tafelberg, den da vielleicht jeder schon mal gesehen hat oder kennt, ja, bis hin zu den unberührten Stränden und malerischen Weinbergen. Es ist wirklich ein Paradies für Outdoor-Fans, wenn du viel draußen bist, wenn du was erleben willst. Das ist einfach wirklich traumhaft schön, ja. Hier siehst du das mit den Bergen in der Umgebung, den wunderschönen Blumen, die alle blühen und es ist wirklich traumhaft. Dann hast du halt überall diese alten Dutch-Colonial-Houses, ja, also die alten Kolonialhäuser dort von den Niederländern, die man besuchen kann, mit den riesen Anlagen, mit den Weingütern, die alles so top gepflegt sind, ja. Also es ist wirklich toll, ja. Es macht wirklich Spaß, ja, in den richtigen Regionen sich dort aufzuhalten. Wie gesagt, es gibt natürlich auch ein paar Drawbacks, da gehe ich gleich drauf ein. Es gibt ja eben Viertel, die sind halt diese Armutsviertel, da kann man sich natürlich nicht aufhalten, so gesehen, ja. Da ist halt natürlich auch hohes Risiko. Aber wenn man sich in den richtigen Stadtteilen und in den richtigen Vierteln auffällt, dann hat man in der Regel gar keine Probleme, es ist wunderschön. Angenehmes Klima, mit milden Wintern und warmen, trockenen Sommern bietet die Stadt ein angenehmes mediterranes Klima, was ja auch wirklich sehr wichtig ist. Manche sagen meiner Klienten, hey, ich kann einfach gar nicht in den Tropen leben, weil es ist mir viel zu heiß, ja. Oder irgendwo in Dubai, das ist mir auch viel zu heiß, da in gewissen Jahreszeiten. Und, sag ich mal, Kapstadt ist wirklich vergleichbar mit dem deutschen Klima, könnte man so sagen, ist ein milder natürlich. Aber es ist wirklich sehr angenehm dort. Also das heißt, man fühlt sich vielleicht eher wie zu Hause, ja, würde ich mal so sagen. Und der Winter ist in der Regel halt eben mild und ist nicht so super, super kalt, ja, wie es vielleicht in Deutschland auch mal sein kann oder auch in der Schweiz, in Österreich. Und, wobei auch die Winter dort stark sein können und auch kalt sind. Das heißt, im Winter sind die meisten dann auch erstmal weg für zwei, drei Monate in den schlechtesten Monaten. Und da kann man dann gut natürlich auch die Familie nochmal besuchen, in Europa zum Beispiel oder irgendwo anders hingehen. Deswegen ist es für mich auch aktuell eher eine Lifestyle-Flagge über den europäischen Winter geworden, wenn da Sommer ist und ich mich dann da aufhalten kann, weil das Klima auch sehr gut ist zu der Zeit, ja. Dann erschwingende Lebenshaltungskosten im Vergleich zu vielen Großstädten in Europa oder auch den USA oder auch natürlich in Zentralamerika oder Lateinamerika sind die Lebenshaltungskosten in Kapstadt relativ niedrig, vor allem in Bezug auf Wohnen und Essen gehen. Europäisches Flair, ja, obwohl Kapstadt in Afrika liegt, hat es ein ausgesprochen europäisches Flair. Das macht es für Experts und Neunkömmliche leicht, sich an das Leben in der Stadt anzupassen. Es leben ja auch sehr viele weiße Menschen und natürlich auch die Schwarzen. Und man hat jetzt aber das Gefühl, wenn man da hinkommt, dass man nicht, sag ich mal, nur der Ausländer ist, wie man zum Beispiel vielleicht in Thailand hat oder auf den Philippinen, wo man als Deutscher dann kommt oder als Europäer, ja, als Weißer, wie auch immer, wie man es beschreiben möchte und dann jeder erkennt, okay, du bist Ausländer hier und dich müssen wir besonders behandeln in dem Moment oder wie auch immer. Währenddessen ist es halt eben in Kapstadt gerade, wo ein sehr, sehr hoher weißer Anteil auch Bevölkerung da ist, man geht quasi da unter und man sieht genauso aus wie jeder andere Weiße auch, so gesehen, ja, und quasi man wird da nicht bevorzugt oder schlechter oder wie auch immer behandelt, ja, das ist halt eben mal eine wichtige Sache und dadurch, klar, durch den kolonialen Hintergrund ist natürlich auch noch viel da geblieben an europäischer Kultur und es ist wirklich ein Schmelztiegel im positiven Sinne, es ist wirklich schön, weil alle Herren Nationen da zusammenkommen und man von diesen ganzen Kulturen quasi aus den verschiedensten Restaurants, in denen du essen kannst, von den verschiedensten Ländern und Kulturen, ja, und es ist wirklich schön, es ist wirklich toll dort meiner Meinung nach und halt eben auch trotzdem dieses europäische Flair, also man fühlt sich eigentlich so ein bisschen wie zu Hause, obwohl man ganz im Süden von Afrika ist. Dann hochwertiger Service, ja, ich bin ja auch sehr gerne in Ländern unterwegs, die eine hohe Servicequalität haben, deswegen zum Beispiel auch in Thailand bin ich sehr gerne, weil ich halt einfach da einen sehr, sehr hohen Service geboten bekomme, ja, also egal, ob ich jetzt im Hotel bin oder im Restaurant oder so, in der Regel habe ich sehr, sehr hohen Service und ich kann auch alles machen lassen, ich kann online alles bestellen und so, wenn es mir geliefert und Südafrika hat vielleicht hier und da, wie gesagt, Probleme, ja, und nicht immer zu 100% den besten Service, aber es hat generell eine sehr, sehr hochwertige Servicequalität und du kannst das meiste auch online abwickeln, das heißt, die haben dort auch genauso, wenn du einkaufen willst, zum Beispiel online kannst du eine App installieren, kannst die Einkäufe online vornehmen, ja, du kannst dir alles eben liefern lassen, es ist, wenn du zur Tankstelle gehst, wird dein Auto aufgetankt, du musst selbst nicht aussteigen, ja, dein Auto wird auch direkt, die Windschutzscheibe und so weiter und so fort wird gereinigt und so weiter und so fort, ja, also du hast einen sehr, sehr hohen Service und das mag ich halt generell einfach in einem Land zu leben, wo man eine hohe Servicequalität hat und eben auch relativ bezahlbare oder eine faire, faire Lebenshaltungskosten dafür, ja, hier siehst du das zum Beispiel, ja, da sind wir in einem unserer Lieblings-Fünf-Sterne-Hotels, da, wo auch das Seminar stattfindet, jetzt hier auf der linken Seite, ja, da haben wir einen High-Tee einfach mal gebucht und, ja, kommst dann vormittags quasi in das Hotel rein, in das Restaurant, kriegst du ein Champagner serviert, ja, also, ein Lokal natürlich, also, Schaumwein und verschiedenste Delikatessen, die man essen kann für den High-Tee, ja, Teekanne, sehr, sehr hochwertige Qualität alles, es ist nicht so, dass das Essen da schlecht ist oder der Wein schlecht ist, ja, ist alles wirklich sehr, sehr hochwertig und der Service ist gut und das macht halt einfach Spaß, ja, auf der rechten Seite, siehst du mich in den Hauptbay, waren wir an der Promenade, haben dort Muscheln gegessen, klar, die haben dort Muscheln, die haben auch Austern dort, das heißt, wenn man Fischfan ist, ist es natürlich auch ein Traum in Südafrika, ist ja der große Ozean vor der Tür, also, das ist wirklich sehr, sehr cool, angenehme Lebensqualität zu bezahlbaren Preisen und du kannst wirklich jeden Tag so gesehen rausgehen zum Essen und das ist halt eben das, was wir auch, was ich wirklich genieße und was ich schön finde in Kapstadt und Südafrika und auch die Fleischqualität für alle Leute, die Fleisch mögen, du kriegst da die weltbesten Steaks, meiner Meinung nach, ja, und es kostet einfach nichts, das ist genauso wie auch, wie gesagt, in Südostasien, da kannst du ja auch relativ günstig teilweise essen gehen, wenn du in Thailand bist oder so, gute Küche, Südafrika hat eine sehr, sehr gute Küche und bezahlbar mit hoher Servicequalität. Dann, klar, auch sehr wichtig, Aktivität im Freien, du willst vielleicht nicht nur die ganze Zeit drin hocken, sondern du willst mal wandern gehen, du willst surfen gehen, da ist wirklich Südafrika oder Kapstadt ja bekannt fürs Surfen, fürs Kitesurfen auch, dann Golf spielen, die haben richtig genial, schöne Golfplätze, super gepflegt und auch sehr, sehr günstig dort Golf zu spielen und auch Golf zu lernen, woher weiß ich das, wenn ich das selbst mache, dann Weintouren kannst du da machen, du kannst Safaris machen im Land verteilt, du hast ja überall die Private Lodges auch, es gibt so viele Naturaktivitäten, die du machen kannst und das ist halt eben auch für Kinder super interessant, ja, wenn du halt quasi Kinder hast, du willst mit denen irgendwo hingehen in der Natur, die sind auch sehr kinderfreundlich dort, die Südafrikaner, die lieben Kinder, das ist genauso eines der kinderfreundlichsten Länder, in denen ich bis jetzt gelebt habe, war Costa Rica und da sind die auch, da lieben die Kinder, also das ist einfach ein Traum, wenn man halt Kinder hat und Südafrika, da sind die Menschen auch noch offen für Kiddies, ja, und freuen sich darüber, ja, wenn das vielleicht in Zentraleuropa schon teilweise ganz anders aussieht, ja, aber klar, du kannst auch da als Single das super genießen, logischerweise, ja, also du hast wirklich, wenn du abenteuerlustig bist und Natur liebst, Außenaktivitäten, ist halt einfach Kapp traumhaft schön. Ja, hier siehst du es, diejenigen von euch Golf spielen, die werden jetzt wahrscheinlich jetzt lachen, aber das war unsere erste Golfstunde quasi, oder wo wir mal gelernt haben, einfach mal zum reinfühlen, ist das was für uns, deswegen auch noch kein richtiges Golfoutfit, aber, ja, man kann dort wirklich auch Golf spielen lernen, auch wirklich bezahlbaren Preisen und super Golfplätze, auch Europäer kommen wirklich dahin, ja, um wirklich Golf zu spielen und es gibt ja auch wirklich bekannte, ja, berühmte Persönlichkeiten, die, also weltweit die gute Golfspieler sind, die daherkommen aus Südafrika, also wer gerne Golf spielt, zum Beispiel, findet in Südafrika, da unten in der Kappregion wirklich auch einen Traum vor. Ja, dann hier siehst du, diese vielfältige Kultur, ja, also der Kappstadt verfügt über ein reichhaltiges kulturelles Erbe mit einer Mischung aus verschiedenen Gemeinschaften, Sprachen, Traditionen, die Stadt ist zu einem pulsierenden Ort zum Leben geworden, ja, und das macht es da wirklich auch aus, du kannst dich da mit den Schwarzen genauso treffen und unterhalten wie mit den Weißen und mit allen anderen Nationen, die da quasi vor Ort zusammenkommen, die Leute vor Ort sind wirklich sehr, sehr freundlich und immer hilfsbereit, ja, sind sehr, sehr herzlich, also ich habe Gastfreundschaft da nie Probleme gehabt, ja, das hat wirklich immer, ich habe mich wirklich wie zu Hause gefühlt, klar, wir gehen gleich darauf an, es gibt ein paar Sachen, die man beachten muss, es ist nicht alles Gold, was glänzt, es gibt ein paar Sicherheitsaspekte, die man beachten muss, aber generell, normalerweise, die Menschen sind da sehr freundlich und gastfreundlich und offen und man kann wirklich richtig Spaß haben mit allen zusammen. Ja, dann ist es natürlich auch weit weg von Europa, ja, also für alle Leute, die jetzt mal ein bisschen mehr, sag ich mal, Angst haben oder schon so spüren, hm, dass wie das in Europa da aktuell mit der politischen Instabilität vor sich geht und mit den militärischen Konflikten, mit denen man da konfrontiert ist und so weiter und so fort, ist natürlich Südafrika hier potenziell, sag ich mal, ein friedlicher Zufluchtsort, der weit weg ist, ja, von solchen Spannungen, das heißt, da ist man erst mal ein paar 10.000 Kilometer oder ein paar 1.000 Kilometer weg und das, wenn man da ist vor Ort, hat man eben halt auch eben das Gefühl, hey, ich bin hier sicher, ja, hier ist einfach stabiler jetzt in dem Moment sicher und hier kommt jetzt nicht der Krieg hin rein, wenn er dann in Europa ausbrechen sollte oder sowas, ja. Südafrika hat mit eigenen politischen Problemen teilweise auch zu kämpfen, gar keine Frage, aber das trifft einen als Ausländer, wenn man da jetzt, sag ich mal, als Schwalbe für sechs Monate lebt, nicht oder auch, wenn man da jetzt permanent als Auswanderer lebt, als Ruheständler oder so, ist man davon eigentlich nicht wirklich betroffen, ja. Aber es ist natürlich super einfach, wieder zurück nach Hause zu kommen, denn es gibt super viele Deutsche und Europäer, die natürlich jedes Jahr Südafrika und Kapstadt und auch Johannesburg besuchen. Es gibt Direktflüge, ja, das heißt, du kannst direkt wieder schnell nach Hause fliegen, wenn es dir nicht gefällt, bist du halt weg und bist ein paar Stunden wieder zu Hause. Ist halt eben natürlich nicht wie dein Nachbarland, wo du nur zwei, drei Stunden fliegst, fliegst halt dann zehn Stunden oder so, aber du bist halt wieder relativ schnell zu Hause und es fliegen jeden Tag so viele Flieger, das heißt, du kannst auf den nächsten Tag einen Flug buchen, vielleicht so noch am selben Tag und bist wieder zurück. Dann für das Thema Kinder, internationale Schulen, Kapstadt beherbergt, zahlreiche internationale Schulen, darunter auch solche, die deutschsprachigen Unterricht anbieten, dass die Stadt ideal für Familien mit Kindern macht und gerade vielleicht für den Einstieg ist vielleicht einfacher, ja, wenn man vielleicht noch eine deutschsprachige Schule sucht. es gibt auch die Green School zum Beispiel dort, die vielleicht aus dem einen oder anderen aus Bali bekannt ist, da gibt es auch eine Niederlassung in der Kap-Region und im Western-Kap. Ja, großartig für junge Auswanderer auch, ja, Kapstadt hat eine große und einladende Expert-Gemeinschaft, was die Stadt zu einem spannenden Ort für junge Leute macht, die sich hier niederlassen möchten. Die Stadt bietet eine Vielzahl von Trending-Cafés, Coworking-Spaces, Workshops, lokalen Messen, dynamisches, soziales Umfeld, genau, also es ist echt schön dort, das heißt, wenn du jetzt digitaler Nomade bist, wenn du auch rein starten willst, einfach mal und das einfach nur Inspiration suchst für Südafrika oder Kapstadt, schau es dir mal an, auch eben natürlich zum länger leben, zum länger dableiben und für den Ruhestand ist natürlich für die Leute, die es aber schon vermögen, jetzt mitbringen und sagen, hey, ich möchte mich zur Ruhe setzen, ist das halt auch ein idealer Ort, wenn du halt eben mit dem Klima ein Problem hast, ja, also da ist halt, wie gesagt, ein mildes Klima in Kapstadt, die wunderschöne Landschaft, es ist wirklich erschwinglich dort zu leben, die Lebenshaltungskosten sind nicht hoch, ja, ist ein idealer Standort deswegen auch für Rentner meiner Meinung nach und die einen ruhigen Ort suchen, aber auch trotzdem einen posierenden Lebensstil haben möchten, ja, plus eine Möglichkeit dort legal einfach einen Aufenthaltstitel zu bekommen und jetzt, klar, sagst du, das ist deine Meinung, Sergio und das ist da die Vorteile von Südafrika, ja, wurden ja irgendwie von Südafrika selbst sehr wahrscheinlich rausgeschrieben, why to invest in South Africa, ja, und was gibt es denn sonst noch für Sachen, also, wenn man sich jetzt, sag ich mal, reiche Leute anschaut, wo leben die auf der Welt, ja, und warum leben sie wo, dann schauen wir uns einfach mir mal ein paar, drei Nachrichten jetzt gerade mal an, die ich rausgesucht habe, die hochinteressant sind, ja, also, rich picking, the world's ultra wealthy prefer to splash their cash in Cape Town over Joburg, also in der, in der Mother City leben 28 Zentimillionäre, Zentimillionäre sind Menschen, die über 100 Millionen besitzen, ja, und es werden noch mehr erwartet, da sich die Geografie des extremen Wohlstands weltweit verschiebt, also, du siehst, es gibt einen Trend, das heißt, Reiche migrieren auch und sagen, hey, wir gehen hier in, weiß ich nicht, da und da ist es nicht mehr gut, wir gehen jetzt da und dahin, da gibt es natürlich Hotspots, klar, Singapur und Dubai und so weiter und so fort, die natürlich extrem viele anziehen, aber ich denke, Kapstadt ist ein Hidden Spot, den die meisten nicht kennen, für diesen Trend, Kapstadt ist der bevorzugte Wohnort der Superreichen in Südafrika, die Stadt hat mehr Zentimillionäre als Johannesburg und auch andere Städte wie Cannes, Prag, Neapel, Montreal und Budapest, obwohl es dort derweil zwei weniger gibt als in Kairo, also das heißt, Kapstadt ist halt eben wirklich der Wohnort in Südafrika, so gesehen, wo die Superreichen dann auch wirklich leben. bis 2014 wird die weltweit führende Technologiezentren Shenzhen, Hangzhou, Austin und Taipei der größte Zuwachs an Zentimillionären prognostiziert, Kapstadt und Marrakesch, Marokko sind die einzigen afrikanischen Städte, für die in den nächsten 16 Jahren ein Wachstum von über 150 Prozent prognostiziert wird. Das heißt, wenn ich mich jetzt in Afrika positionieren möchte, ja und ich sage, ich möchte mir vielleicht eine Immobilie kaufen, selbst wenn es nur ein kleines Apartment ist, für 100.000, 150.000 oder so, dann kann man sich natürlich hier rein theoretisch, wenn der Trend ja da ist, dass es quasi weiter wachsen wird in den nächsten Jahren, dann macht es natürlich Sinn, das dann eben in dieser Stadt zu machen, weil man dann davon natürlich auch potenziell profitiert. Schauen wir uns jetzt noch eine andere Meldung an, Kapstadt beherbergt 7.400 Millionäre und ein Milliardär, sagt der Vermögensbericht, da nicht nur in Kapstadt, sondern auch in einer Reihe anderer Regionen des Westkap gibt es Millionäre, die beschlossen haben, sich in der Provinz niederzulassen. Dies geht aus dem 2024 African Wealth Report hervor. Derzeit leben 135.200 vermögende Privatpersonen, High-Network-Individuals mit einem liquiden, investierbaren Vermögen von einer Million US-Dollar oder mehr in Afrika. Dazu 342 Centimillionäre mit einem Vermögen von 100 Millionen US-Dollar oder mehr und 21 Dollar Milliardären. Trotz eines schwierigen letzten Jahrzehnts in Afrika, also es gab in den letzten Jahren auch durchaus Probleme in Afrika, viele sind da draus migriert und es kann sich halt eben jetzt in den kommenden Jahren vielleicht auch verändern. Indem die Zahl der Millionäre von 20 Prozent um 20 Prozent zurückging, leben in Südafrika mit 37.400 Millionären, 102 Centimillionären und 5 Milliardären, mehr als doppelt so viele High-Network-Individuals wie in jedem anderen afrikanischen Land. Gefolgt von Ägypten mit 15.600 Millionären, 52 Centimillionären und 7 Milliardären. Also das heißt, du siehst auch, wenn es Reiche gibt in Afrika, dann leben sie bevorzugt in Südafrika. Johannesburg ist mit 12.300 Millionären und 25 Centimillionären und 2 Milliardären nach wie vor die reichste Stadt Afrikas. Kapstadt folgt dicht dahinter mit 7.400 Millionären, 28 Centimillionären und einem Milliardär. Also Kapstadt ist die legislative Hauptstadt Südafrikas und auf den besten Blick Johannesburg zu überholen und bis 2030 zur reichsten Stadt Afrikas aufzusteigen, so der African-Welf-Report. Also du siehst, es ist ein Trend dort, den ich ja auch gerade vorhin angesprochen habe, dass reiche Menschen anscheinend mehr nach Kapstadt migrieren wollen und dort leben möchten. Der Bericht weist darauf hin, dass Kapstadt derzeit von den anhaltenden Seemigration zahlreichender vermögender Privatportionen aus den Teilen Südafrikas, besonders aus Johannesburg und Pretoria profitiert. Die Stadt ist auch ein zunehmend beliebtes Ruhestandziel für abwandernde Millionäre aus Europa und dem übrigen Afrika. Also das heißt, ihr seht auch, aus anderen Ländern kommen die Millionäre teilweise runter nach Kapstadt. Weil wenn du einmal da warst und das selbst erlebt hast, dann wirst du vielleicht auch merken, die Lebensqualität ist hier schon wirklich sehr hoch und wenn man das mag und wenn man mit den Nachteilen zurechtkommt, die es da gibt an diesem Ort, ist es wirklich ein richtig geiler Ort, um gut sein Leben zu genießen. Also jedes Land hat seine Vor- und Nachteile. Also es ist ganz egal, wo du hingehst, überall gibt es Nachteile. Und genauso hat natürlich auch eben Südafrika oder Kapstadt seine Nachteile. Aber du musst halt eben für dich das Perfekte finden, wo du sagst, hier fühle ich mich wohl und man sollte auch meiner Meinung nach offen sein, mal was Neues auszuprobieren. Wenn du noch nie da warst und jetzt haben wir so eine Tour, hey, komm doch mal vorbei und schau es dir selber an vor. Schauen wir uns kurz nochmal hier die Karte an, ja, where do the ultra wealthy live? Ja, das heißt, ultra high-network individuals, das sind Menschen mit über 30 Millionen Vermögen. So, du siehst, die meisten leben in den USA, in Kanada, in Europa, dann natürlich in Asien, in Südostasien, Australien, Neuseeland. Aber komischerweise ist nichts hier auf der Karte in Südamerika verzeichnet oder Mittelamerika, weil es halt einfach da die Zahlen so gering sind. Und in Afrika ist auch fast nichts verzeichnet, nur ganz unten in Südafrika. Ja, also wenigstens noch auf dieser Map wurde noch Südafrika mit aufgenommen, weil halt einfach da ein Hub ist. und es manche reiche Menschen einfach anzieht, ja. Die Nachteile des Lebens in Südafrika oder in Kapstadt, klar, Sicherheitsprobleme, obwohl Kapstadt im Allgemeinen ein sicherer Ort zum Leben ist, kann in einigen Gebieten besonders Vorsicht geboten sein. Es ist wichtig, dass die Einwohner auf ihre Umgebung achten und vernünftige Vorsichtsmachtsamen treffen, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Also ich sage immer so, hey Leute, erstmal geht nicht in ein Township oder nur mit einer geführten Führung, wenn ihr das sehen wollt, alleine niemals. Und dann lauft halt auch nicht rum mit eurer Gucci und Prada Tasche oder mit einer Rolex um der Hand, ja. Das sind natürlich alles Sachen in einer Goldkette um. Das sind natürlich alles Sachen, da muss ich meinen gesunden Menschenverstand benutzen. Das mache ich in den wenigsten Entwicklungsländern. Ja, nur da, wo es halt wirklich, wo ich weiß, dass ich 100% sicher bin. Und in Südafrika mache ich das halt schon mal gar nicht. Ja, das ist natürlich klar. Aber das brauche ich auch nicht. Ich muss nicht mit meinem Rolex rumlaufen, ja, oder mit meiner Goldkette, die 10.000 Euro kostet. Also das, da kann man auch reinterisch verzichten. So, wenn man es nicht kann, dann gehst du halt nach Singapur, dann gehst du halt nach Hongkong oder dann gehst du halt nach Dubai oder so. Ja, gehst du halt in andere Länder oder in Thailand vielleicht auch noch. So, begrenzte öffentliche Verkehrsmittel. So, wenn du sagst, hey, ich möchte gerne mit dem öffentlichen fahren, so, ist halt einfach dort in der Region sehr schwierig. Ich sage immer, hey Leute, wenn ihr kommt, jetzt auch wenn ihr zu dem Seminar kommt von uns, bitte, holt euch Mietwagen. So, damit seid ihr am mobilsten. Fertig. Aber die Autos sind auch sehr günstig dort unten. Das heißt, wenn man da hinzieht, kostet das nichts, sich so ein Auto zu kaufen. Einkommensungleichheit. Ja, in der Stadt gibt es eine große Kluft zwischen Wohlhaben und ärmeren Vierteln, was zu sozialen Spannungen führen kann. Generell musst du damit zurechtkommen, dass es halt wirklich sehr arme Menschen gibt und dann halt eben diese große Kluft zwischen Mittelstand und Reichen, die dann dazwischen hängt. Und manche können damit leben, andere nicht. Das ist halt schon so gesehen ein Nachteil, den man hat. Dann, meiner Meinung nach, hat halt eben auch das West-Cup, die gesamte West-Cup-Region mit die höchste Lebensqualität. Das heißt, wenn man nach Südafrika auswandern möchte oder eine Basis aufbauen möchte, dann eine Flagge setzen will, auch ein paar Monate, vielleicht nur im Jahr. Ich persönlich würde immer nur Kapstadt und die Garden Route vielleicht noch oder sowas, also West-Cup, bevorzugen. Alles andere sehe ich sehr kritisch und hat nicht so eine hohe Lebensqualität, auch Infrastrukturprobleme teilweise. Das merkt man, wenn man ein bisschen durchs Land fährt und so, dass halt wirklich die Cap-Region unten die höchstentwickeltste ist und auch da man den höchsten Lebensstandard hat und das da auch teilweise dann mit am sichersten ist. Dann Stromausfälle und Wasserknappheit wird ja auch immer angesprochen. Ja, kann ich bestätigen. Es gab dieses Loadshedding und gibt es das auch noch offiziell. Allerdings ist jetzt seit, ja, seit über 200 Tagen das Loadshedding komplett suspended worden. Das heißt, die versuchen jetzt wirklich auch aktuell dieses Problem in den Griff zu bekommen und ich habe immer zu meiner Frau Anastasia gesagt, hey, wenn die das hier unten in Kapstadt oder generell in Südafrika mit dem Stromproblem hinkriegen, dass der Stromtafel nicht mehr abgestellt wird für ein paar Stunden am Tag, dann ist die Lebensqualität wieder so hoch, also das wird dann irgendwann dafür sorgen, ja, dass halt mehr und mehr Menschen das erkennen werden und sie wahrscheinlich einfach dann deswegen auch wieder runterziehen wollen, weil sie diese Einschränkungen nicht mehr haben und dieses Problem nicht mehr haben und was dann halt eben wieder dafür sorgt, dass natürlich halt, klar, Real Estate Prices und so weiter hochgehen können in den kommenden Jahren. Man hat es ja teilweise in verschiedensten Ländern gesehen, ich war ja sehr, sehr lange auch in Georgien unterwegs, ja, und wie dann auf einmal von heute auf morgen teilweise ein Trendumbruch da ist und auf einmal Immobilienpreise extrem nach oben schießen zum Beispiel, ja, und für mich war immer, wenn Südafrika, sag ich mal, dieses Stromproblem, in den Griff bekommt, auch das Wasserproblem, was jetzt in Kapstadt nicht wirklich ein großes Problem ist, sie hatten mal eine Dürre und es kann auch passieren, dass es kommt, aber die letzten Jahre war es jetzt wieder, war es wieder okay und es gibt eben verschiedenste Maßnahmen, die die mittlerweile ergriffen haben, um dem entgegenzuwirken, genauso geht es eben auch mit den Stromausfällen, ja, ich denke, das wird alles irgendwie von der Infrastruktur wird das nach und nach quasi bereinigt werden, wie gesagt, mit den Stromausfällen sind sie schon so gesehen fast durch, jetzt muss man schauen, wie lange das mit dem Loadsharing so anhält, aber das hat natürlich auch in den letzten Jahren extrem dafür gesorgt, dass die Südafrikaner sich unabhängig aufgestellt haben, es gibt diese Bohrholz, also Tiefbrunnen, die sie teilweise in ihren Häusern installiert haben, dann Solaranlagen und Photovoltaikanlagen, ja, und so weiter und so fort, also Backup-Systeme, ja, das heißt, wenn du nach Südafrika kommst, hast du, also jedem Hotel, wirst du sowieso in der Regel nicht merken, weil die immer Backup-Systeme haben, auch in guten Airbnbs haben die Backup-Systeme, das heißt, deswegen der Strom geht jetzt für eine Stunde ausfällt oder für zwei oder drei, hast du trotzdem Internet noch, teilweise, wie gesagt, sind die neuen Häuser mit Photovoltaikanlagen ausgestattet und so weiter und so fort, also das ist, gerade wenn du deinen Auswandern willst, irgendwas machen willst, ist man davon nicht betroffen, weil man kann wirklich aktiv dagegen wirken und es ist nicht so teuer, dort Photovoltaik auch zu installieren, aber ja, wie gesagt, ich denke, dass das in den kommenden Jahren sowieso geregelt werden wird und sich auch verbessern wird, hoffentlich, und dann, wenn das der Fall ist und es da nicht mehr zu Problemen kommt, dann wird halt die Lebensqualität nochmal angehoben, was natürlich auch positiv ist, dann, wenn man frühzeitig den Trend erkannt hat und positioniert ist. Ja, dann mit der Welt verbunden und doch weit weg, ja, Entfernung von wichtigen globalen Zentren, obwohl Kapstadt gut angebunden ist, ist aufgrund seiner geografischen Lage weit von vielen globalen Wirtschaftszentren entfernt, was die Reise und Geschäftslogistik erschweren kann, von Kapstadt aus können sie direkt fliegen nach Europa, Frankfurt, Deutschland, Amsterdam, Niederlander, Holland, Vereinigtes Königreich, Istanbul, Nahe Osten, Dubai und Doha, Afrika, Addis Abeba, Äthiopien, Mauritius, Namibia, Kenia und der Hauptflughafen in Johannesburg ist aber nochmal besser angebunden. Ihr seht das jetzt hier zum Beispiel Direktflüge aus Kapstadt, ja, es ist ganz einfach, wenn ihr jetzt runterkommen wollt im März, also ihr fliegt einfach runter, ja, habt den Direktflug aus Frankfurt zum Beispiel, aus München, ja, kommt runter, fertig, ja, selbst wenn jetzt einer in Brasilien ist und dabei sein will, guck mal, ihr könnt aus Brasilien rüberfliegen und dann gibt es natürlich auch noch den Johannesburger Flughafen, der der größte Flughafen Südafrikas auch ist und hier siehst du quasi, also wenn man jetzt hier hin landen will, müssen wir nochmal zwei Stunden runterfliegen bis nach Kapstadt, weil es ja eben so groß ist das Land, aber du siehst, ich bin zum Beispiel einmal von Johannesburg bis nach Singapur geflogen, ja, also das heißt, man kann nach Australien rüberfliegen, nach China rüber, also aus Hongkong sehr wahrscheinlich und auch nach Istanbul, nach Europa, in den USA und auch wieder nach Südamerika. Also die Johannesburg ist auch sehr gut angeboten, das heißt, man kommt immer wieder weg und sehr, sehr schnell auch dorthin. Es ist weit weg, aber trotzdem nah. Ja, dann fragt sich vielleicht einer, ja, aber Südafrika, Steuersystem ist ja richtig blöd, trotzdem eine Lifestyle-Flagge aufbauen, also man muss so ein bisschen unterscheiden, es gibt natürlich immer die offizielle Seite und die inoffizielle, häufig ist es so, dass Ausländer, die im Ruhestand dort leben, auch erstmal in Ruhe gelassen werden, ja, also ich kenne ja sehr viele Ausländer, die da leben, wenn man da jetzt nicht vor Ort selbst geschäftlich tätig wird, ist in der Regel da jetzt nicht wirklich auf dem Radar von den Behörden erstmal, weil das Land natürlich selbst auch starke Probleme hat, darauf kann man sich natürlich nicht verlassen, logischerweise. Wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte so eine Basenstrategie wie der Sergio umsetzen und möchte mal nur eine gewisse Zeit in Südafrika leben, dann ist das hier eigentlich ziemlich gut, ja, weil Südafrika bietet hier die Option, dass man bis zu ein paar Monate im Jahr da bleiben kann, bis zu sechs Monate und um nicht dort als steuerpflichtig angesehen zu werden, ja. Also Gerichte haben in Urteilen festgelegt, wann wirkt jetzt jemand steuerpflichtig und wann hat seinen gewöhnlichen Aufenthalt, ja, wenn er in Südafrika seinen ständigen Wohnsitz hat, wenn er hier natürlicherweise und selbstverständlich seinen Wanderungen nachgeht oder das Land als seinen Hauptwohnsitz betrachtet, ja, und dann zudem wird jemand steuerpflichtig, wenn er sich für einen bestimmten Zeitraum im Land aufhält, also dieser Presence-Test, der sehr, sehr wichtig ist und in Südafrika ist ja wie Volk geregelt, wenn sich ein Ausländer mehr als 91 Tage im Jahr im Land auffällt und zusätzlich, das müssen quasi, alle Bedingungen müssen jetzt zusammen erfüllt werden und sich in den fünf aufeinanderfolgenden Jahren mehr als 91 Tage im Jahr hier aufgehalten hat und in diesem fünf Steuerjahr mindestens 950 Tage, also insgesamt 2,5 Jahre im Land war, dann würde er auch quasi, wenn alle diese drei Bedingungen erfüllt sind, würde er auch quasi die Steuerpflicht auslösen. Das heißt, wenn ich immer darauf achte, dass ich halt eben weniger als 2,5 Jahre in 915 Tagen in Südafrika war, dann würde ich da niemals reinfallen und wenn ich ein Jahr lang das nur unterbreche und sage ich mal ein Jahr lang nur 90 Tage komme, würde die Zählung ab nächstem Jahr wieder komplett neu anfangen und ich könnte wieder für fünf Jahre das wiederholen. Also von daher, das machen auch viele, gerade diese Schwalben, die nutzen halt eben diesen Presence-Test, um einfach nicht steuerpflichtig zu werden in Südafrika und dann, wenn man halt eben wie gesagt vor Ort jetzt kein dickiges Business aufbaut, dann ist es halt alles relativ easy. Wenn du natürlich jetzt ein Apartment kaufen willst, Airbnb, dann gibt es da auch Möglichkeiten, lernst du bei uns im Seminar auch kennen, wie man das so strukturiert, dass man halt die Steuerlast legal in Südafrika natürlich runterbekommt. Ja, aber das wird natürlich dann im Seminar besprochen. Ja, wie erlangt man denn jetzt einen legalen Aufenthaltstitel in Südafrika? Südafrika bietet da verschiedenste Möglichkeiten, zum Beispiel Visum für Angehörige, Geschäftsvisum, Arbeitsvisum, Studentenvisum, auch mittlerweile ein Visum für digitale Nomaden, Visum für den Ruhestand, Aufenthaltsgenehmigungen für finanziell unabhängige Personen. Meiner Meinung nach sind das Visum für den Ruhestand und finanziell unabhängige Personen die interessantesten. Die schauen wir uns kurz einmal an. Wir können dich natürlich bei allem unterstützen, ja, gerade mit unserem Partner Dirk vor Ort, ja, wir können auch eine individuelle Beratung für dich nochmal anbieten, wenn du willst und wenn du zu einem Seminar kommst und weißt, hey, ich komme im März, kannst du jetzt rein theoretisch das schon vorbereiten, weil du musst, je nachdem welches Visum du beantragst, musst du das in der Botschaft des Heimatlandes machen. Zum Beispiel, du musst dann in Deutschland zu der südafrikanischen Botschaft gehen und dort zum Beispiel deinen Antrag einreichen für das Ruhestandsvisum, ja. Das heißt, wenn du jetzt weißt, ich komme im März, kannst du jetzt mit uns quasi alles mit dem Dirk vorbereiten und du reichst schon mal alles ein in der südafrikanischen Botschaft in Deutschland, dass wenn du dann im März runterkommst, schon mal alles vorbereitet ist für dein Ruhestandsvisum zum Beispiel. Und sobald du dein Ruhestandsvisum hast, kannst du direkt zum Beispiel die Permanent Residency beantragen. Ja, was sehr, sehr interessant ist. Der andere Weg ist über das Financial Independent Visa, schauen wir uns gleich noch an, das kann man auch im Inland direkt beantragen, ja. Genau, was ist jetzt das Thema für Rentner? Ja, das ist ja wirklich hochinteressant, weil Rentner kann jeder sein in Südafrika. Rentner, da hast du keine Altersbegrenzung. Das heißt, das kann jemand, der, weiß ich nicht, 18 Jahre alt ist oder 20 Jahre alt ist, das kann als Rentner gehen und das beantragen. Wichtig ist hier, dass du quasi ein Einkommen von wenigstens 37.000 Rand, das sind ungefähr 1.850 Euro, was ja echt nicht viel ist, nachweisen kannst. So, und das Einkommen kann aus einer Rente bezogen werden oder nachgewiesen werden, zum Beispiel, wenn du jetzt von Deutschland eine Rente bekommst, du bist wirklich Rentner, so, und du hast, die Rente ist über 1.850 Euro, wird es dir wahrscheinlich ziemlich wenig Rente geben, denn die das haben, leider, in Deutschland, aber dann wäre das möglich. Was die meisten machen, sag ich mal, wenn man jetzt nicht im Rentenalter ist und da keine Rente nachweisen kann, nutzt man Zinsen, Dividenden, du hast eine gute Firma, Dividendenauszahlung, perfekt. Mieteinnahmen, ja, du hast irgendwo schon Immobilien vermietet, hast Mieteinnahmen, mehr als 2.000 Euro im Monat, perfekt, kannst du quasi direkt das Rentnervisum beantragen, ja, musst du wie gesagt in deinem Heimatland beantragen bei der südafrikanischen Botschaft, sobald du das Rentnervisum hast, kannst du im Land die Permanent Residency sofort beantragen und dann musst du natürlich warten, bis die Permanent Residency genehmigt wird, aber sobald du Permanent Residency hast, bist du auf dein Leben lang Permanent Resident und musst nur ein paar Bedingungen erfüllen, gehe ich gleich noch drauf ein und kannst nach 5 Jahren rein theoretisch sogar versuchen, einbürgern zu lassen. dann das andere, was ich hochspannend finde, ist das Financially Independent Pyramid, also entweder man macht dieses Rentnervisum oder man macht das Financial Independent Pyramid, die Details dazu, wie gesagt, alle dann im Seminar und wir haben auch da einen eigenen Artikel auf der Webseite, kannst du gerne anschauen, aber das ist quasi ein unkomplizierter Weg zu einer dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung, also Permanent Residency in Südafrika für Personen mit einem erheblichen Nettovermögen. Um sich zu qualifizieren, muss ein Nettovermögen von mindestens 12 Millionen südafrikanischen Rand, also ungefähr 600.000 Euro nachgewiesen werden und jetzt kommt's, dieses Vermögen kann überall auf der Welt liegen, es muss nicht in Südafrika sein, also das heißt, du kannst sagen, ich hab ein Haus in München, das ist eine Million wert und da ist keine Hypothek mehr drauf, dann kannst du das nutzen, um dir das Financially Independent Permit zu beantragen und kriegst direkt eine Permanent Residency, sobald du genehmigt wirst. Die Aufenthaltsgenehmigung berechtigt zu lebenslangen Aufenthalt, Arbeit, Studium und anderen Freiheiten in Südafrika. Die einzige Einschränkung, die man da hat, ist, dass man nicht wählen darf, aber ich meine, wählen will man ja sowieso nicht. Und, das ist eben das, was ich dir jetzt sagen wollte, um so eine Permanente Aufenthaltsgenehmigung nicht mehr zu verlieren, gehst du alle drei Jahre einmal bitte nach Südafrika. Und das ist wirklich jetzt nicht schlimm, solange die Lebensqualität so bleibt, sogar sich noch verbessert. Ja, dann geht man sehr gerne alle drei Jahre einmal dorthin und genießt den Urlaub. So hast du dir quasi die Permanente Aufenthaltsgenehmigung auch dann gesichert. Wie gesagt, der einfachste Weg ist, über das Ruhestandsvisum und dann direkt Permanent Residency zu beantragen. Leute, die sagen, hey, ich will dieses Financial Independent Permit beantragen, machen es auch, können es direkt aus dem Inland, also aus Südafrika auch direkt beantragen. Ja, also wie gesagt, Details, wenn du das umsetzen willst mit uns, gerade wenn du auch eben zum Seminar kommst, sehr gerne, setzt dich vor mit Dirk zusammen, der macht das dann alles mit dir und bereitet das alles vor. Das heißt, du kannst hier relativ einfach einen Plan B Wohnsitz dir sichern, direkt in einen Briggs-Staat. Ja, das ist ja auch wichtig. Ja, und so kannst du dir jetzt, wenn du da fünf Jahre die permanente Aufenthaltsgenehmigung hast, kannst du quasi die südafrikanische Staatsbürgerschaft beantragen. Jetzt kann man sich darüber streiten, ja, ist das eine gute Staatsbürgerschaft oder nicht. Es ist ja quasi eine Erweiterung deines Portfolios, so gesehen, wenn du jetzt Deutscher oder Schweizer bist. Das heißt, du gibst die Deutsche ja jetzt nicht auf oder die Schweizerische in dem Moment. So, du nimmst einfach eine weitere Staatsbürgerschaft hinzu auf dem afrikanischen Kontinent und hast zusätzlich hier einen Pass der Briggs-Staaten. Und je nachdem, wie sich die Briggs-Staaten dann in Zukunft entwickeln werden, ist es natürlich, kann es sehr, sehr wertvoll sein. Auch alleine schon eine permanente Aufenthaltsgenehmigung in einem Briggs-Staat zu haben, ist natürlich super. So, wenn du jetzt sagst, okay, ich kann, in Brasilien kann man sich auch noch über ein Investorenvisum, reden wir jetzt heute nicht drüber, rein theoretisch einfach einen Aufenthaltstitel zu sichern. Russland hat mittlerweile dieses Shared-Value-Visa, aber Russland hat natürlich Sanktionen und ich meine, damit zurechtzukommen, da offiziell zu leben und das kann echt für Stress auch beim Banking und allen möglichen sorgen. So, Indien, haben die meisten von uns hier wahrscheinlich keinen wirklichen Bezug zu, China genauso. Das heißt, Südafrika ist hier, wäre das Eintrittstor in die Briggs-Staaten, in diese Briggs-Allianz, um sich wirklich hier für die gesamte Familie einfach einen Plan B zu sichern, ja, einen Aufenthaltstitel und auch potenziell dann Staatsbürgerschaft in Zukunft, ja, und das finde ich halt eben persönlich hochspannend und dann vielleicht noch in Kombination mit einem Karibik-Staaten oder Vanuatu, nicht schlecht. Dann, die andere Sache, gehen wir jetzt auch nicht mehr, gehen wir noch schnell drauf ein, ja, du kannst quasi deinen Aufenthalt, wenn du in der EU-Bürger bist, kannst du visemusfrei einreisen nach Südafrika, ja, wenn du jetzt zu einem Event kommst, weißt du sehr wahrscheinlich das Nutzen, ja, du wirst quasi maximal 90 Tage dich aufhalten können in Südafrika und als Tourist und du kannst es aber quasi vor Ort mit unserem Partner Dirk zusammen um 90 Tage wieder verlängern, das heißt, du kannst bis zu 180 Tage so gesehen im Land bleiben, wenn du auch in die Steuerpflicht nicht auslösen willst, logischerweise, du kannst länger bleiben, solange dein Visum nicht genehmigt wurde und sind dann Details, kann man klären, aber man sagt jetzt einfach mal 90 und 90 Tage verlängern, dann kannst du so gesehen 180 Tage da bleiben. Ja, dann schauen wir uns jetzt kurz Immobilien an, warum denn eigentlich Immobilien in Südafrika investieren, ja, du hast gleiche Eigentumsrechte für Ausländer, im Gegensatz zu einigen südostasiatischen oder auch anderen Ländern gewährt, Südafrika, Ausländer die gleichen Rechte zum Erwerb von Immobilien wie Einheimischen, also das heißt, du kannst legal Eigentum dort besitzen, das ist ein gut regulierter Immobiliensektor, ich habe das schon jetzt gemerkt, wenn wir langfristig da mal was gemietet haben und Deposit einzahlen müssen, das ist alles hochreguliert und da ist eigentlich, also, wenn du gute Anwälte hast über unser Netzwerk und gute Real Estate Experten, also Immobilienexperten, da geht eigentlich so gesehen nichts schief, ja, also, da kannst du nicht abgezogen werden, so gesehen, hat auch den fünfstärkten Investorenschutz in Afrika, dann natürlich Diversifizierung des Portfolios mit einer Investition in südafrikanische Immobilien, können sie ihr Portfolio diversifizieren und über Europa hinaus auf Immobilien in einem aufstrebenden BRICS-Markt mit langfristigem Wachstum potenzial ausdehnen, wie gesagt, als Diversifikation sehen teilweise, wir schauen uns da gleich auch noch ein paar Sachen an, du kriegst dort Immobilien, Apartments für, ja, 150.000 aufwärts, ja, in guten Lagen, und wir wollen uns natürlich auf gute Lagen fokussieren und nicht irgendwo, ja, was schlecht ist. Erschwinglichkeit, die Immobilienpreise, wie gesagt, sind im Allgemeinen niedriger als in vielen Teilen Europas und auch in anderen Ländern und ist meiner Meinung nach immer noch so ein Hidden Gem, haben die meisten eben nicht auf dem Schirm, Preiseinkommensverhältnis 5,47, was relativ gut ist, man sagt immer so ein Preiseinkommensverhältnis von 3 bis 5 ist optimal, das heißt zum Beispiel, was bedeutet das konkret, wenn du ein Preiseinkommensverhältnis von 30 hast, dann muss jemand quasi 30 Jahre lang, also 30 Jahresgehälter voll aufbringen, um sich eine Immobilie leisten zu können. Also das heißt, desto höher diese Zahl ist, desto unrealistischer ist es, weil du musst ja noch Steuern zahlen, du hast ja deine Lebenskosten und so weiter und so fort noch und das heißt, es ist auch ein Indikator, wie ist dann eine Bubble da, eine Blase. In Südafrika ist hier das noch relativ gering, ja. Dann vielfältige Investitionsmöglichkeiten, ob sie nun auf der Suche nach luxuriösen Strandgrundstücken, Weingütern oder Stadtentwicklungen sind, der südafrikanische Immobilienmarkt ist vielfältig und voller Möglichkeiten, können wir dir mit allem helfen in diesen ganzen Bereichen. Klar, auf der Immobilientour schauen wir uns jetzt nicht noch ein Weingut an und so, ja. Aber wir haben auch natürlich schöne Häuser, die wir uns anschauen und Apartments. Darauf fokussieren wir uns mal und wenn du jetzt speziell was machen willst, du bist vor der Tour da oder nach der Tour da, kannst du mit unserem Real Estate Agent oder Experten Termine ausmachen und kannst dir persönlich dann auch nach deinem Geschmack und nach deinem Vorlieben und das, was du suchst, quasi Objekte anschauen, logischerweise, ja. Und wie gesagt, auf der Tour haben wir halt natürlich auch eine Real Estate Tour selber. Dann touristische Mietnachfrage ist relativ hoch, natürlich nur in der Hauptsaison, also das heißt im europäischen Winter und im Sommer von Südafrika so gesehen, ja. Immobilien in beliebten Gegenden wie Kapstadt sind nach wie vor sehr gefragt und können während der touristischen Hochsaison ein Problemmuss vermietet werden, was für ein stetiges Mieteinkommen sorgt. Beispiel jetzt hier Airbnb, ja. Und plus die potenzielle Wertsteigerung in den richtigen Stadtteilen und vielleicht im Winter an digitale Nomaden vermieten oder an Locals, ja, längerfristig, bis dann die nächste High Season wieder startet. Also da gibt es schon verschiedenste Optionen rein theoretisch. Und, ja, genau. Du siehst auch hier quasi die Touristenanzahl, ja. Ist natürlich während Corona stark eingebrochen und jetzt erholt sie sich wieder und die Touristen kommen wieder zurück. Niedrige Lebenshaltungskosten, hat man ja gerade schon gesagt, ist relativ günstig da zu leben, attraktiver Lebensstil, ja. Also du hast halt eben dort einen sehr, sehr guten Lebensstil, wenn du sagst, hey, ich will mir selbst einfach für meine eigenen Sachen vor Ort eine kleine Immobilie kaufen, ob es ein Haus ist oder eine Immobilie, weil ich halt einfach immer auch als Schwalbe, sag ich mal, einmal im Jahr hier bin, perfekt, ja. Gut, dann, klar, schwächerer Währungsvorteil, der südafrikanische Rand ist viel schwächer als der Euro und Schweizer Franken, ja, das heißt, das macht es vielleicht erschwinglicher für dich auch eine Immobilie zu kaufen. Dann Entfernung zu Europa, die Lage Südafrikas weit weg von Europa bietet ein gewisses Maß an Sicherheit vor europäischen Konflikten und wirtschaftliche Instabilität, das heißt, du kannst ja so ein Refugium auch schaffen, ja. Dann, welche Risiken gibt es beim Kauf von Immobilien in Südafrika? Ja, klar, wirtschaftliche Ungewissheit, aber ich meine, das brauche ich dir nicht erzählen, das hast du mittlerweile in Deutschland auch, ja, so wie das darunter gewirtschaftet wird. Wenn man sagt, ey, ich habe da irgendwie Probleme mit, dann kannst du eigentlich gar nicht mehr in Immobilien investieren, weil egal, wo du hingehst, ist irgendwie immer irgendeine gewisse Ungewissheit da, ja. Aber klar, auch das trifft natürlich auch Südafrika zu, Marktvolatilität, auch dieser kann hier Schwankungen natürlich unterliegen, unterliegen, deswegen fokussieren wir uns zum Beispiel an unserer Immobilientour nur auf die besten Stadtteile, halt im Stadtkern, die hoch nachgefragt sind, wo dann eben auch so eine Schwankung, ja, sag ich mal, nicht so stark vorhanden ist. Verbrechensrate, ja, klar, man sollte jetzt nicht, du kannst Immobilien super günstig kaufen, ja, aber du willst halt eben nicht in Township kaufen oder irgendwo anders, sondern du willst halt eben in besseren Regionen, besseren Stadtteilen kaufen, das sind natürlich dann ein bisschen höher, aber generell hast du natürlich ein Problem mit der Kriminalität dort, also das heißt, das ist generell das Problem, was man hat, wenn man jetzt aber im guten Stadtviertel lebt, hat man damit eigentlich keine Probleme. Stromausfälle hatten wir gerade angesprochen, wie gesagt, ich hoffe mal, dass es zu der Vergangenheit angehört mit diesem Loadshading, ich denke, dass sie sind auf dem Weg der Besserung, wird man jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren sehen. Schauen wir uns jetzt kurz Beispielimmobilien an in Kapstadt, dass du mal einfach nur siehst, was ich jetzt hier, was ich erwartet finde, dabei bist, ja, das sind einfach nur Beispielimmobilien, das heißt, wir werden uns nicht genau die auf der Tour ansehen, sondern halt natürlich andere. Hier sind wir auf dem Katamaran, ja, du siehst Kapstadt, das ist, meine ich, Greenpoint oder Seapoint, traumhaft schön, mit dem Tafelberg im Hintergrund und Lion's Head hier vorne, wie die Wolken darunter fließen wie ein Wasserfall. Wenn du schon mal da warst in Kapstadt, dann weißt du, das ist einfach ein Traum, das ist richtig geil und da einfach direkt so eine Immobilie zu haben, die haben ja alle da fast, siehst du ja mehr Blick, also ist das wirklich cool. Als erstes schauen wir uns hier einmal kurz City Center, City Bowl an, ja, also das ist natürlich klar, City Center ist das Financial Zentrum, sag ich mal, von Kapstadt, da arbeiten alle, das heißt, der lokale Arbeitsmarkt hat da Nachfrage, die Touristen wollen natürlich im City Center sein, ja, die wollen in der City Bowl sein, ja, da, weil sie von dort aus direkt überall hinkommen, die wollen jetzt nicht irgendwie super weit draußen sein, sondern das ist halt wirklich gute Lage, ja, das heißt, da schauen wir uns jetzt mal das erste Beispiel an, hier siehst du, das ist ein Apartment, ja, eine Loft, Loft Studio, 180 Quadratmeter, wurde mit 7,5 Millionen Rand gelistet, etwa 390.000 Euro, 2.166 Euro pro Quadratmeter, wenn das jetzt mit München vergleicht oder mit Hamburg oder Berlin oder was ich, ich meine, Deutschland fangen ja die Quadratmeterpreise in der Regel schon ab 5.000 an, gehen gerne auf 10.000 Euro pro Quadratmeter hoch, ja, also das heißt, hier kriegst du auch wirklich noch teilweise Immobilien für 1.500, 2.000 Euro pro Quadratmeter, ja, das ist natürlich für ein Investment nicht schlecht, um ehrlich zu sein und dann, wenn du überlegst, in den besten Lagen, in einem City Center, also nicht die beste, beste Lage, ja, ist ja jetzt nicht Camps Bay oder so, aber es ist eine gute Lage im City Center und hat einfach gewisses Wachstumspotenzial in den kommenden Jahren und die City Ball kann auch durch diese geografische Lage nicht ausgeweitet werden, zum Beispiel, ja, die ist natürlich eingeschränkt durch die Berge und alles. Drei Zimmerwohnungen, Außenterrasse, wie du jetzt hier siehst, schön groß, Airbnb-Vermietung hier perfekt, ja, oder zum Selberbewohnen, klar, oder auch langfristige Vermietung, so sieht die Loft jetzt aus, ja, wunderschönen Ausblick nach draußen hin, ja, nach Bokab runter, also in den bunten Häusern, hinten dann die Küche, der Essensbereich, oben das Schlafzimmer mit zusätzlichem Bad noch, ja, hier der Ausblick von der Terrasse oder vom Balkon runter, ja, nach Bokab, wie gesagt, diese bunten Häuser hin, wirklich schön und macht Spaß, also da kann man sich schon ein bisschen Instagram-like, das heißt, das wahrscheinlich auf Airbnb zu stellen, ist relativ einfach, ja, klar, es ist nicht eine super billige Immobilie, aber bezahlbar. Dann schauen wir uns als nächstes an Greenpoint, also das werden wir uns auch auf der Immobilientour anschauen, klar, City Center, Greenpoint und hier unten links siehst du Seapoint und Seapoint ist halt eben super bekannt auch für die ganzen digitalen Nomaden, für die Locals, für die jüngere Bevölkerung, ist sehr, sehr trendy, da gibt es eine Promenade, gehen die Leute abends joggen oder morgens und es gibt die ganzen Cafés, gute Restaurants, wirklich richtig hohe Lebensqualität und dann der Greenpoint hier ist direkt neben der Waterfront, ja, das heißt, wenn Touristen jetzt kommen, die wollen dahin, die wollen am Greenpoint sein, am Seapoint oder an der City Center, die wollen nicht irgendwo anders sein, die wollen direkt an der Waterfront sein, die wollen alles sehen können und du siehst auch, dieser Bereich ist von der Geografie eingeschränkt, du hast im Norden, irgendwo kommt halt das Meer, logischerweise, dann gibt es einen großen Grünbereich, den Greenpoint Park und dann im Süden hast du das Signal Hill, das heißt, es ist alles sehr stark eingeschränkt, wo noch Immobilien hingebaut werden können, also das heißt, desto eingeschränkt ein Platz ist, desto besser ist es natürlich, weil, wenn es nicht einfach erweitert werden kann, dann kann natürlich diese Immobilien, die man da kauft, können dann stetig auch im Wert wachsen, wenn halt eben eine stetige Nachfrage da ist und mehr und mehr Leute da hinkommen wollen und das ist halt eben meiner Meinung nach der Fall, wenn wir im City Center oder im Greenpoint dort reden, weil dort wollen natürlich auch Locals leben, wenn sie im City Center arbeiten, weil sie halt morgens schnell zur Arbeit kommen, ja. Gut, Apartment, hier jetzt einfach mal, da siehst du, dass es halt auch mit Kleinbeträgen losgeht, ja, in guten Lagen. Apartment 65 Quadratmeter plus 40 Quadratmeter Außenterrasse, ein Zimmer, 3,2 Millionen Rand, 166.000 Euro, so je nachdem, wie du das jetzt bemisst, wenn du die Außenterrasse mit dazu nimmst, dann würdest du bei 1581 Euro pro Quadratmeter liegen, wenn du sagst, hey, ich will nur das Apartment missen, dann bist du bei 2553 Euro pro Quadratmeter. Wie gesagt, beliebter Stadtteil von Touristen, Nomaden und Locals, Airbnb, Vermietung zum selberbewohnen, so sieht die Terrasse aus, ja, kann man sich draußen schön hinsetzen, ist ja auch vielleicht auch perfekt, wenn man selbst eine Schwalbe ist und einfach mal im Winter da sein will, also im europäischen Winter, hier das Bett, schön bisschen mit Ausblick raus zu der Terrasse, ja, Wohn- und Essbereich, hinten sieht man jetzt nicht, ist dann halt quasi die Küche. Und das gibt es zum Beispiel nochmal hier ein Design-Apartment, ja, auch wenn man im Greenpoint, hat einen eigenen Parkplatz, ist ja auch wichtig, gerade wenn man im Citycenter ist und vielleicht ein Airbnb machen will, dass man den Touristen sagen kann, hey, wir haben auch einen eigenen Stellplatz für dein Auto, einen Parkplatz und muss nicht draußen parken, großer Vorteil, ja, zwei Zimmer, Außenterrasse, ungefähr 120 Quadratmeter, 6,9 Millionen Rand, also 360.000 Euro, 3.000 Euro pro Quadratmeter in etwa, ich war selbst dort schon drin, weil ein Freund von mir das als Airbnb mal gemietet hat, also ganz lustig eigentlich, ein beliebter Stadtteil über Touristen, normalen Locals, Airbnb, selber wohnen oder Vermietung langfristige, so sieht es dann von innen aus, ja, also wirklich ein sehr, sehr schönes, hochwertiges Design-Apartment, ja, die Terrasse sehr groß, wie du siehst, mit einem superschönen Ausblick zum Table Mountain, zum Signal Hill rüber, du siehst, die Terrasse ist wirklich groß, also das heißt, du kannst da mal easy deine Freunde einladen und zusammen grillen, ja, das ist ja auch bei den Südafrikanern ganz bekannt, das Brai, so nennen die das Grillen und wir Deutschen lieben ja Grillen, Südafrikaner lieben auch das Grillen, kann man hier ganz easy machen auf der Terrasse. Ja, was werden wir uns jetzt auf der Immobilientour ansehen in Kapstadt? Apartments in beliebten Stadtteilen, welche sich bestens für ein Investment zu kurzer Langzeitvermietung eignen, das heißt, wenn du jetzt Airbnb-Investments übersuchst, werden wir uns da halt passende Angebote anschauen, Familienhäuser in beliebten Stadtteilen, welche sich bestens für das eigene Wohnen nutzen oder genutzt werden können, das heißt, wenn du jetzt da nur überwintern willst oder dauerhaft vielleicht sogar nach Südafrika auswandern willst, dann ist das natürlich perfekt, schauen wir uns auch ein bisschen was an auf der Tour. Wir werden natürlich vorher rumfragen mit allen Teilnehmern, was willst du genau, was interessiert dich und dann werden wir daran natürlich dann auch die Tour stark ausrichten. Warum solltest du teilnehmen? Klar, lokale Expertise, du bekommst hier einen Einblick von erfahrenen Immobilienexperten, ja, wir arbeiten mit deutschsprachigen Immobilienexperten vor Ort zusammen, ja, der uns quasi die Tour machen wird, mit uns zusammen, ja, der den Markt in- und auswendig kennt, der lebt seit 15 Jahren, arbeitet ja in dem Bereich, macht nichts anderes von morgens bis abends und wird dir auch wirklich wertvolles Wissen im Bereich Immobilientrends, Vorschriften, Möglichkeiten und No-Gos vermitteln, ja. Kurierte Immobilienauswahl, ja, wie gesagt, wir gehen handverlesend in verschiedenste Immobilienreihen bei unserer Tour und wo ihr auch dann vorher sagen könnt, hey, das und das ist uns wichtig, das möchte ich gerne sehen, dann können wir halt eben dementsprechend dann auch die Tour da nachher anpassen und unser Seminar mit mir natürlich über internationalen Vermögensschutz, BRICS-Staatenoptionen, Auswanderung, Steuersparnis, ja, wie kannst du dein Vermögen weltweit schützen, dem besten, wie kannst du jetzt den Auswanderungsprozess halt eben reibungslos auch bewältigen, Steuersituation optimieren und wie kannst du eben rein theoretisch auch Südafrika als deine Flagge mit einbauen, ja, was gibt es da für Möglichkeiten. Dann, klar, unsere Experten beim Seminar, also ich bin ja nicht nur ich, sondern der Dirk, den siehst du hier rechts mit der Anastasia zusammen, die Anastasia wirst du ja auch persönlich kennenlässt, meine Frau, die ist alles mit organisiert, zu der wirst du einen persönlichen Kontakt haben, ja, Dirk ist unser Wohnsitzexperte für Aufenthaltsgenehmigungen in Südafrika, er wird einen Vortrag halten, natürlich, wie kannst du, wie sieht es aus mit dem Aufenthaltsrecht dort, wie kannst du das erlangen, kannst du es gerne auch vorher schon mit uns beantragen, dass du das vorbereitet bist und schon durch bist oder direkt nach der Reise, nach dem Event quasi, in die Umsetzung gehen, wie du willst. Dann, klar, du wirst Gleichgesinnte treffen, was Geileres gibt es doch nicht auf so einer Tour, ja, du triffst Menschen, die genauso denken wie du, die auswandern wollen, die sich verändern wollen, die ihr Vermögen schützen wollen, die alternative Investments suchen, die sich mit den BRICS-Staaten vielleicht auch auseinandersetzen, die sagen, hey, ich bin offen für neue Kulturen, auch vielleicht für ein Land wie Südafrika, wo jetzt vielleicht nicht immer nur Positives drüber berichtet wird, und ich schaue es mir auch mal an vor Ort, ja, gerade auch in Kapstadt, das ist doch geil, so ein Netzwerk zu haben, klar, logisch. Dann, wir erkunden Gemeinschaft, in Gemeinschaft Kapstadt, ja, und wir sind ja seit Jahren dort, ja, ich kenne die geilsten Restaurants, ich kenne geile Orte, ihr kriegt von uns eine Liste, wo müsst ihr übernachten, was können wir empfehlen und dann besuchen wir natürlich auf der Tour diese Orte dann teilweise auch, ja, und wir haben alle zusammen Spaß, ja. Hier siehst du mal noch ein paar Impressionen, ja, von den Weinkellereien und so weiter und so fort. In Südafrika ist es wirklich ein Traum, gutes Essen, guter Wein, schöne Natur, ja, mit Gleichgesinnten, mit uns zusammen, mit dem gesamten Experten-Team, das wird wirklich Spaß machen. Wann und wo, Termin, es startet alles am Sonntag, den 2.3.2025, bis zum 4.3.2024 in Kapstadt, ja. Wir haben maximal nur 20 Plätze, also bitte schnell einbuchen, wenn es geht, bevor die Plätze vergriffen sind. Wir haben auch schon die ersten Plätze, die gebucht wurden, weil wir halt eben vor Ort nur unseren Klienten schon mal geschrieben haben und darauf hingewiesen haben. Zeitplan am Sonntag treffen wir uns in Constantia in Kapstadt, ja, in unserem Lieblingshotel, um 5 Sterne Lieblingshotel. Dort werden wir halt eben das Seminar haben, eben mit mir, ja, Schanzen der Flaggentheorie in BRICS-Ländern, Steuern, Sparen, Vermögensschutz. Dann unser Residency-Experte Dirk, ja, Option der legalen Umzug nach Südafrika und unser Immobilien-Experte Jörg wird dir die besten Viertel vorstellen, um Immobilien in Kapstadt zu investieren und zu diversifizieren. Wir haben auch schon im Gespräch mit Rechtsanwalten und Notaren, die vielleicht auch dann sprechen werden. Die ersten drei Vorträge sind komplett auf Deutsch, weil Jörg spricht Deutsch, Dirk spricht Deutsch, ich spreche Deutsch. Das heißt, ihr habt jetzt keine Probleme mit der Verständigung. Beim Notar ist es so und Rechtsanwalt, ich habe da jemanden schon, mit dem wir diskutieren, die sprechen auch Deutsch, aber wird es ja wahrscheinlich auf Englisch sein. Aber das meiste wird natürlich eben auf Deutsch sein. Gut, dann am zweiten Tag, ja, am dritten, dritten haben wir dann frühmorgens die Immobilientour, starten halt dann morgens und treffen uns im City Center, ja, Treffpunkt wird dann bekannt gegeben, haben einen Shuttle und dann wird quasi der Jörg diese Immobilientour leiten und er wird mit uns verschiedenste Apartments und Häuser in den besten Stadtvierteln eben in Kapstadt in dem Zentrum und diese Umgebung halt dort anschauen, besuchen, ja. Wir werden da natürlich Mittagessen haben, Snack da sorgen und dann abends nach der Tour, wie gesagt, wir haben einen Shuttle, werden dann rumfahren mit dem Shuttle alle zusammen und am späten Nachmittag nach der Tour werden wir dann alle zusammen nochmal essen gehen, ja. Am dritten Tag ist dann Networking und Picknicktag im Weingut. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen lustig an, wenn du noch nicht in Südafrika warst, aber wer schon mal in Südafrika war und weißt, dass auf den richtigen Weingütern gibt es wunderschöne Picknicks, also es ist nicht so ein Picknick wie für Arme, sondern es ist wirklich Luxus und kriegst einen schön quasi Essenskorb, ja, und kann man auch einen Wein trinken, wenn man möchte und wir können da alle uns zusammen unterhalten in wunderschöner Umgebung. Unsere Experten sind natürlich da vor Ort mit dabei, ja, also das heißt, der Dirk und der Jörg sind mit dabei und unsere Rechtsanwälte sehr wahrscheinlich dann auch und ihr könnt dann weitere Termine, sag ich mal, machen oder ihr könnt weitere Gespräche führen und Rückfragen noch halten, euch mit den Gleichgesinnten, die den anderen Teilnehmern austauschen, vernetzen, mit mir natürlich auch reden, ja, also da werden wir einfach einen schönen letzten Tag zusammen haben und strategisch nochmal alles ausklingen lassen. Ja, was ist im Südafrika-Erlebnis mit uns enthalten mit dem Seminar und für die Investorenreise, klar, es ist Zeit mit mir persönlich und Anastasia und unseren Experten Dirk und Jörg vor Ort, ja, also für die gesamten drei Tage, wir helfen dir natürlich auch gerne bei der Unterkunftswahl, wir organisieren die gesamte Reise und betreuen das vor Ort, das heißt, ihr müsst euch um so gesehen nichts kümmern, ja, wir machen das alles, Ticket zum Seminar, klar, ist dabei, Ticket zum Real Estate Tour mit Shuttle ist dabei natürlich, je ein Essen an den drei Tagen, also das heißt, wir werden an den Seminartagen wird es ein Essen geben natürlich, es wird bei der Tour jetzt ein Essen und das Picknick wird natürlich von uns auch übernommen, ausgenommen sind hier alkoholische Getränke, das sage ich dann gleich nochmal, aber das ist quasi auch inkludiert. Dann, klar, jede Menge Spaß, neue Kontakte für das Netzwerk, ist ja auch wichtig, ja, worum solltest du dich jetzt selber bitte kümmern, das ist nicht inkludiert, An- und Abreise inklusive Flug, aber wie gesagt, es ist im März, es ist nicht mehr Hauptsaison, aber es ist eine sehr, sehr gute Saison, also das Wetter ist richtig gut noch und es fliegen aber einfach weniger Leute, das heißt, du wirst ja wahrscheinlich, wenn du jetzt auch noch buchst, einen sehr günstigen Flug finden. Hotels, Airbnb natürlich selber buchen, klar, wir sagen euch, wo wir es empfehlen würden zu buchen, wir haben auch für das Seminar, für die Lokale, wo das Seminar stattfindet, haben wir natürlich auch Sonderkonditionen ausgehandelt, also das heißt, aber das musst du natürlich selber buchen, am Ende uns aus suchen dann, auch wenn du von uns eine Liste bekommst, dann Transportkosten vor Ort, zusätzliche, ja, wie gesagt, ich würde empfehlen, Mietwagen, dass du einen Mietwagen hast, Taxi etc., ja, das müsst ihr halt alles selbst bitte tragen, das ist nicht da inkludiert in so einem Ticketpreis. Dann weitere Verpflegungskosten, ja, also wenn du jetzt Alkohol trinken willst, weiter essen willst und so weiter und so fort, alles, was es außerhalb ist, das ist natürlich nicht mehr inkludiert, auch alkoholische Getränke auf der Veranstaltung sind nicht inkludiert und wenn du jetzt eine Firma gründen willst, um zum Beispiel eine Immobilie darüber zu kaufen oder einen Wohnsitz nehmen willst, ja, oder eine Immobilie investieren willst, theoretisch, ja, das ist natürlich nicht in den Kosten logischerweise inkludiert, das sind dann Extrakosten, die dann da auf dich zukommen. Genau, was kostet der Spaß, jetzt mit dabei zu sein? Es ist wirklich super billig, um ehrlich zu sein, 895 Euro pro Person, wenn du zu zweit kommst, ja, Ehemann, Ehefrau oder auch Lebenspartner, 1495 Euro, das heißt, ihr kriegt einen kleinen Rabatt, genau, also, und wenn ihr VIP-Club-Tickets haben wollt, also das heißt, wenn ihr jetzt schon ein Guppermatrix-Club-Mitglieder seid, dann kriegt ihr 100 Euro Rabatt jeweils, also einmalig, wenn du alleine kommst, 795 Euro dann und wenn ihr zu zweit kommen würdet, 1395 Euro und jetzt habe ich ein spezielles Angebot, das heißt, ihr müsst vielleicht überlegen, okay, wollen wir kommen, wollen wir nicht kommen, ein bisschen können wir Urlaub nehmen, wie auch immer, müssen wir ein bisschen planen, also eine wochige Zeit, in sieben Tagen läuft das Angebot ab, siehst du auch auf unserer Angebotsseite, wird ja jetzt auch dann eingeblendet, das heißt, du kannst hier den Guppermatrix-Club sichern, plus das Ticket zusammen, das heißt, du kriegst dann quasi für ein Jahr den Guppermatrix-Club, plus das Ticket, dort mit dabei zu sein, bei unserer Tour und Seminar und für eine Person wäre das 1292 Euro total, statt 1492 Euro, wenn du dir alles einzeln kaufen würdest, weil der Club kostet 597 Euro und das Einzelticket kostet 895 Euro, das heißt, du sparst dir so gesehen 200 Euro, oder wenn du sagst, wir kommen zu zweit, dann ist quasi für ein Jahr Club, plus das Ticket für beide Personen, 1895 statt 2092, also auch da sparst du 200 Euro. Also du siehst, kannst in den Club kommen, hast da auch mal das ganze Jahr über noch weitere Strategien, die du quasi erleben wirst und mit uns persönlichen Austausch gehen kannst und kannst auch dabei sein, also das heißt, wenn dir das wichtig ist, dass du auch noch in den Club kommen willst, haben wir hier ein Sonderangebot für die nächsten 7 Tage geschnürt, kommst du in den Club rein für das nächste Jahr, plus ein Ticket zu dem Seminar hin, ob du jetzt alleine kommst oder zu zweit, musst du ja dann entscheiden, aber ja, ich freue mich drauf, die Teilnahme bitte nur ab 18 Jahren, das ist ein Problem, also wenn ihr Kinder habt, bitte vorher noch mal kurz nachfragen, ob wir es irgendwie lösen können, aber generell sind die Touren bei uns, weil wir halt rumfahren müssen und so weiter und so fort, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen anstrengend, ist dann vielleicht für die Kiddies, ihr könnt natürlich bei gewissen Sachen dabei sein, wie beim Picknick oder so, aber da sind halt dann manche Sachen, beim Seminar und bei der Realistik-Tour ist halt einfach nicht möglich, da kleine Kinder noch mitzunehmen, bitte Verständnis dafür haben, also bitte einfach nachfragen, wenn ihr Kinder habt, dann können wir das natürlich klären. Meine persönlichen Highlights sind jetzt noch mal kurz am Ende, für euch, dass ihr noch mal seht, wie schön das ist, das ist jetzt der Blick rüber nach Hout Bay und der Chapman's Peak Drive, da würde ich dir natürlich auch unbedingt empfehlen, mit dem Auto herzufahren, wirklich ein Traum und eine der schönsten Küstenstraßen, die ich jemals gesehen habe. Dann klar, wenn ihr vorher kommen wollt oder nachher, könnt ihr natürlich eine Safari machen, das ist jetzt hier aus dem Krüger Nationalpark, wie gesagt, ist oben bei Johannesburg, ist 2000 Kilometer weit entfernt von Kapstadt, aber das ist natürlich ein Highlight, wenn du die Grafen siehst, die Zebras, Krokodile gibt es da, Nilpferde, Elefanten, Nashörner, Löwen, Cheaters, also alles Mögliche, es ist wirklich ein Traum, also das heißt, wenn du Safari liebst und wenn du nach Südafrika zum ersten Mal kommst und du hast vielleicht vorher Zeit oder nachher, nimm dir eine Woche Zeit, geh zum Krüger Nationalpark, das ist schon wirklich ein geiles Highlight, war ich jetzt zweimal und ich gehe jetzt mit meiner Familie nochmal, weil meine Mama kommt mich jetzt zu besuchen im Dezember 2024 und ich gehe mit denen erst zum Krüger Nationalpark, gehen wir alle zusammen und dann kommen wir runter nach Kapstadt und dann sehen wir uns hoffentlich im März zusammen vor Ort. Ja, dann hier die ganze Umgebung von Kapstadt rum, ja, also das ist natürlich, in der Mitte ist die Innenstadt, ja, ist die Waterfront, da sind dann die Schiffe drin, die Boote, ja, Katamarane mit Blick zum Tafelberg rüber, also unglaubliches Feeling dort, ja, super schön, ist natürlich auch super sicher dort und kannst gut essen gehen, kannst da was trinken, einfach einen schönen Ausblick, da gibt es dann auch die Seehunde und ach, ist halt einfach cool, ja und hier da oben sind wir jetzt auf dem Tafelberg auf der rechten Seite, ja, da siehst du Anastasia, wie sie auf, ja, einen schönen Stein posiert und runter zum Lion's Head, Blick zum Lion's Head runter und da siehst du auch jetzt auf der rechten Seite quasi von dem Signal Hill, das ist quasi diese City Bowl, ja, und quasi das City Center und dann dahinter quasi, wo das Stadium auch ist, weiß nicht, ob du das siehst, da ist quasi dieser Greenpoint, ja, und da siehst du, dass es natürlich auch schon von der Geografie extrem eingeschränkt ist, da kannst du nicht einfach sagen, wir erweitern das jetzt mal und bauen hunderte neue Apartments dorthin oder Millionen neue, ja, also dann kommt das große Meer und der Atlantik, der ist kalt und der ist strong, also der ist stark, da kannst du nicht einfach sagen, wir schütten mal ein bisschen Land auf, also das ist natürlich alles zum Vorteil, wenn man da sich was kauft und hier ganz links, das ist Meer nach Somerset West rüber, hinten Richtung Bettis Bay, glaube ich, wie man da hinfährt, zu den Pinguinen und das ist eine zweite Küstenstraße, die wunderschön ist, mit den Bergen, also wirklich traumhaft, traumhaft schön, was man da teilweise für Ausblicke genießen kann. Hier sitze ich oben auf dem Tafelberg runter, das da unten ist, glaube ich, Camps Bay oder sowas, was man gerade noch sieht, die Häuser, also das ist wirklich ein Traum, wirklich traumhaft schön und ja, ich denke, du wirst es nicht bereuen, wenn du mit uns nach Südafrika kommst, dabei bist bei der Investorenreise und beim Seminar. Ja, wie gesagt, sei bei unserer Investorenreise und Seminar gerne dabei, lass uns gemeinsam Südafrika erkunden, das ist Anastasia und ich, wir freuen uns auf dich mit unserem gesamten Team, natürlich auch im Namen vom Dirk und vom Jörg natürlich und von unseren weiteren Experten, die daran mitwirken und die mit dabei sein werden. Wir laden euch alle herzlich ein und ja, kommt mit uns nach Südafrika. Wirklich, ich gehe seit so vielen Jahren in dieses Land und besuche Kapstadt, ja, ich habe es nie bereut, ich habe nie Probleme dort wirklich gehabt und ich will jedes Mal wieder zurück. Also, es ist halt einfach, ich habe viele Leute, die auf uns mal gehört haben, sind hingegangen und haben gesagt, ja, irgendwie will ich zurück wieder und war ja mega geil, habe mich mega geflasht. Klar, es gibt auch mal Leute, die sagen, ich gehe nicht mehr zurück oder war jetzt nicht das, was ich mir vorgestellt habe, aber die meisten Leute, die ich kenne, sagen immer, hey, wenn die einmal in Kapstadt waren, ich komme wieder zurück, ja. Und ja, ist einfach wirklich toll, wirklich schön dort. Andere Touren, die wir in der Vergangenheit hatten, hier Paraguay Investorenreise 2018, ja, kannst du mit uns auch die Siedler in Paraguay zum Beispiel beantragen. Hier Singapur Asset Protection Tour, Seminar, Jahr 2000, Januar 2020, kurz vor der Corona-Pandemie, werden wir jetzt wahrscheinlich in 2025 dann wieder machen. Da hier nochmal weitere Einblicke von Singapur. Dann Georgien wieder, ja, werden die verschiedenste Seminare und Touren bereits in Georgien mit vielen, vielen Menschen, ja. Und ja, wir haben viele Events, ob es in der Schweiz ist, ob es in Georgien ist, ob es in Paraguay ist und so weiter und so fort, die wir quasi alle schon gemacht haben in Wien und Österreich, ja. Jetzt das Neueste, Südafrika, Kapstadt, sei dabei. Ich freue mich, wenn du wirklich mit dabei bist und ja, lass dir diesen Preis nicht entgehen. Wie gesagt, wenn du noch nicht Clubmitglied bist, sehr gerne ein Jahr Clubmitgliedschaft plus Ticket vergünstigt sichern. Wenn du schon im Club bist, kriegst du sowieso 100 Euro vergünstigt dein Ticket gesichert und ja, dementsprechend sehen wir uns dann in Südafrika. Ich bin jetzt bereit für eure Fragen. Genau. Ich bin jetzt bereit. Ich bin jetzt bereit.